So, komm hier. Lass mal, ich mach mal, ich setze mal Marker. Lass mal kicken. Eigentlich müsste doch jetzt, ähm, die Zeit läuft doch weiter, oder? Das heißt, rein theoretisch müsste jetzt der Bericht in den tiefen Wegen fertig sein, oder? Ja, eine Expedition. Die müsste jetzt noch durch sein. Sollte, ne? Jö, ich fühle einen guten Abend. Hallöchen. Hm. Oh, Tipps hier wieder. Treffen, Treffen ist ein guter Brotipp. So, ne, dann guck mal mal. Guck mal. Fertig. Und ich hab noch zwei. Cool. Hi, Riem. Einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für den Racer. Dankeschön für ein Jahr Support. Du darfst Selma in die Gummizelle bestellen. Gib mir ein Käppchen, damit sie nicht so grummelig ist. Dann sorgt sie gerne dafür, dass deine Gummizelle schön sauber und ordentlich bleibt. Hm. Hm. Hieß das Kamee bei Bannerlord nicht auch so? Nein, der hieß Knut. Das Kamee bei Bannerlord haben wir doch Knut getauft. Das war Knut, nicht Carl. Knut. Oh, Silberit. Uh, hier. Guck mal. Nichts berührt das Silberit zweimal. Uh. Ah, das kann man jetzt immer wieder machen. Okay. Hm. Da würden sie heute holen. Und hier. Einheit geboten. Bewaffnete Patrouillen. Gebiet vollständig unter Kontrolle bringen. Naja, dann mach das mal. Achso, das ist aber... Das sind immer wieder... Kann das sein, dass das wiederkehrende Dinger sind hier? Die Drei. Dass die einfach immer wieder auftauchen. Kommt mir zumindest grad so vor. Hier krieg ich Gold und vielleicht irgendwelche Waffen und Gedöns. Hier krieg ich Erze und da krieg ich Leder. Hi Cyber Wizard. Hi Randall. Nammt Leveler. Hm. 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 Ich mein, ich sieh's auch mal kurz Karl. Und dann mal Karl Knut. Das kann auch sein. Das ist denkbar. Hm. Na dann. Holt uns Leder. Okay, das heißt aber, ich bin hier wirklich fertig. Aber dann muss ich was... Dann hab ich was übersehen. Und das triggert mich ungemein. Hm. Also erstens hab ich die Tore noch offen, was ganz merkwürdig ist. Das dürfte eigentlich überhaupt nicht sein, weil die... Warte mal, die Krüge sind auch weg. Hä? Warte. Hä? Wait, what? Oh, guck mal. Hier sieht man aber noch, wo mir noch Zahnräder fehlen. Da fehlen noch einige. The fuck? Hm. Was? So schnell ist der Chat doch nicht. Aha, das geht schon noch. Hallo Frechdags. Schönen guten Abend. Hm. Und guck mal, Krüge fehlen mir nämlich auch noch zwei. Uff. Uffi. Friggert mich jetzt. Hart. Seine Alpha-Wand. Von hier kamen wir, oder? Ja. Das ist der Spalt zur Sturmküste. Hm. Schirr jetzt hier nochmal durch. Also ich meine, es sind eigentlich nur Zahnräder. Es sieht nicht so aus, als hätte ich ein Tor übersehen und die... Und die Krüge habe ich ja auch alle, ne? Oder? Wie war das jetzt? Achso, nee. Da fehlen noch zwei. Das ist so schlimm. Es ist eine Beta-Wand gibt, bestimmt. Oh, echt jetzt? Oh. Vor allem, das geht nicht mal weiter, wenn du hier in der Zwischenzeit mal kurz guckst, wo dir noch was wählt. Ja, sehr furchtbar. Passion der Reinen, vergessene Höhlen und Ruinen. Okay. Passion der Reinen. Das ist der Bau der dunklen Tritt. Hier bin ich fertig. Dann können wir doch eigentlich gleich nach hier vorne. Jetzt kann ich nicht reisen. Das ist ja noch schlimmer. Ich muss hier echt warten. Das ist nicht New World. Wieso nicht? Typisch Raubwald, immer oberflächliche Speedruns. Ne, genau. Man kennt mich. Slowruns. Ja. Das schon ihr. Wir haben nur durchgerusht. Ja, es ist schlimm. Hi, Akalana. Wie gesagt, eigentlich, also hier habe ich definitiv nichts übersehen. Das ist halt Quatsch, sich hier aufzuhalten. Weil, ne? Gefällt dir New World nicht, Leveler? So, hier geht es schon wieder runter. Ja. Das ist dann quasi schon die nächste Ebene. Wollen wir mal gucken, ob man eventuell hier hinten, ist aber auch eine Ruhe. Und, oh wait, wieso kommt man hier vielleicht runter? Ist das gewollt? Ist das gewollt? Wow. So. Sieht so aus. Hi, Kommandant, Pingu. Ah. Was meinst denn? Hi, Stumpen. Heimiger. Äh. Das ist aber sehr knapp. Ich will ja nichts sagen, aber das ist sehr knapp. Okay, 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 okay. Guck mal, betrunken ist ja immer so ein Raubel zu gucken. Ich hoffe, verdammt man nicht. Ähm. War so gar nicht, aber mein Geschmack ist ja nun nicht maßgebend. Naja, Geschmäcker sind halt einfach unterschiedlich. That's it. Hallo, Andi hier. Stumpen hatte ich, Micke hatte ich. Äh. So, das ist keine schlechte Idee, das können wir machen. Die mal aktivieren, dann sehe ich es wenigstens. Weiter. Gefuck. Aber die Frage ist jetzt nur, wo lang? Also, das ist ja... Da drüben ja eher nicht runter, oder? Also hier sieht's jetzt bei... Vielleicht doch. Ah. Das ist ein bisschen, äh, tricky. Okay. 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 Oh Gott. Oh. Ha. Knappekiste. Oh. Oh. Lixen. Moin. Hallöchen. Wow, Onkel. Wow. Oh. Das war nicht meine Absicht. Okay. Hier haben wir schon mal das... Also eins der Zahnräder, die in den Ruinen noch fehlen. Jetzt fehlen noch zwei. Wollte ja auch gerne ahnen, dass das noch so ewig weit runter geht. Das ist ja krass. Kampfmagier-Harnisch. Nicht? Wunder. Was mich hauptsächlich interessiert, ist... Ja, hier. That's nice. Kein mit Barriere-Schaden. Aber wir könnten gucken, bei entweder Coal. Ja, wobei wir was hatten. Barrik. Das ist Rüstungs. Den kriegt er. Dann hätte er zweimal Straucheln drauf. Das sage ich ziemlich gut. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Ja, da unten. Oh, ich habe Waffen. Duryumstäbe. Übel. Nichts habe ich verkauft, sag mal. Zur Hölle. Schon wieder so viel Gedöns eingesammelt. Dingens und Gedöns. Hallo, Niedel. Bekaufe ich ihn mal so überhaupt nimmer. Bestimmt, ein cooles Echo in der Höhle. Ja. Wahrscheinlich. Hier runter. Unglücklich. Dann hier. Nein, das war nicht meine Absicht. Dann hier. Aua. Und dann ganz nah unten. Moin Carrie. Okay. Was? Da hatte ich ja mal einen kompletten Abschnitt übersehen. Einfach. Das ist ja übel. Wie geht denn sowas? Bei Abschnitt ist relativ. Waren wir hier überhaupt schon? Ja, doch, ne? Hier ist ein Haarstuhl. Sie muss die andere Seite des Hügels erreichen. Wer? Der Hauptmann. Aber sie ist verwundet. Ach, gut gemacht, Kleiner. Geht es ihr gut? Endet das Buch damit? Jetzt nicht mehr. Cole, was wird aus ihr? Ich weiß es nicht. Der Hügel ist verschwunden. Ah, schlimm. Hat er gerade... Hat Cole gerade Barracks Gedanken gelesen? Und das Buch zu spoilern. Das ging ja mal gar nicht. Hi Snake Hawk. Carrie hatte ich, ne? So, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, ob ich noch sowas hier übersehen hab. Also muss ja. Hier sind noch... In den Ruinen sind noch zwei Zahnräder irgendwo. Aber hier geht's nicht hinter. Auf jeden Fall nicht. Das ist halt... Das ist ja echt ein bisschen tricky. Schlangenstein. Co-Bridge, danke fürs Zwangsverflauschen von AHA. AHA darf es sich dank dir in einer gesponserten Gummizelle gemütlich machen. Bitte führe durch die Gemeinschaftsräume und zeig AHA bitte nicht die Gruppendusche, wenn du ihm kein Nasses-Handtuch zur Verteidigung gibst. Dankeschön. Danke, danke. Tja, die Frage ist halt jetzt... Wo sind die zwei, die ich übersehen hab noch? Gehört das hier noch zu den Ruinen? Sehe ich das auf der Map, wo ich bin? Doch. Ja, sehe ich. Okay, also das gehört noch dazu. Ein Tiefenlauber. Hier drin waren wir. Haben wir uns geholt. Hallo Samira. Vorhin Artikel gelesen, über einen 90er-Hin, der seit 10 Jahren Sky-Man spielt. Wenn es 800.000 Kilo Loot hat. Ist da irgendwie ein Raubding? Was? Warum? 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 Ein anderer möglichen Weg zum Runterspringen, weiß aber natürlich nicht, ob es zum selben Punkt führt. Generellt schwierig. Also was mich eigentlich am meisten jetzt... Ich meine, das Ding ist, natürlich kann ich jetzt... Also die Zahnräder finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass ich... Dass ich die Türen ja alle hab. Und mehr macht man ja mit den Zahnrädern am Ende nicht. Man öffnet die Türen. Und ich glaube, die habe ich alle geöffnet. Aber irgendwo habe ich halt auch noch Krüge übersehen. Und wenn ich Krüge übersehen habe, heißt das... Definitiv... Da ist noch Loot. Also gegebenenfalls wertvoller Loot. So, aus, als könnte man da hoch. Geht nur so aus, man kann da hoch. Hydrate. Blutverhalten scheint dasselbe zu sein. Tatsächlich. Wer soll denn das jetzt mal im Ernst? Also das ist doch... Holy. Gemeins kann man denn sein. Das ist ja übel. Jetzt fehlt mir noch eins. Rüber kommt man aber nicht, oder? Da oben hin. Da so. Und noch was ist? Speicher mal. Ich glaube es zwar nicht, aber... Toll. Ja, super. Und nun? Au. Au. Okay. Das hat mir jetzt, glaube ich, null gebracht. Hi, Drachenlady. Jetzt bin ich irgendwo hier unten. Super. Nicht sehr hilfreich. Da oben waren wir und da sind wir auch rundherum gelaufen um den Block. Da hatten wir auf der halben Ebene tatsächlich noch ein Zahnrad. Das war ähnlich fies. Was wird denn das jetzt da? Wieso? Ja, die haben das mit dem Springen wirklich genutzt. Merkt das schon. Aber das ist halt... Naja. Nun. Schwierig. Das ist halt nicht unbedingt gleich da. Also hier ja eher nicht... Ei. Da unten liegt noch was. Was ist das denn? In der hintersten Ecke. 10% Angriff. Ja, dann fliegt der Bonus auf Barriere-Schaden weg. Nett. Das ist aber auch kein Zahnrad. Es ist zwar schön, es ist Loot. Ich mag Loot. Aber es ist kein Zahnrad. Wie finde ich denn jetzt raus, wo mir hier noch das eine verfluchte Zahnrad fehlt? Das gibt's ja nicht. Das finde ich ja nie. Darum waren wir. Mal auch noch runter. Ums Eck. Ach, zu? Die ist noch zu. Das glaube ich ja wohl nicht. Wo kommt denn die her? Ach, zu? Was? So. Danke für den Recept. Dankeschön für 30 Monate im Guckung. Danke für den anhaltenden Support. Ähm. Du bekommst... Einen eigenen wundervollen Thron in deine Badezimmer. Vielen lieben Dank. Eins. War gestern schon so markiert. Hast du wohl übersehen. Oh. Was? Und nein, hier ist kein Zahnrad dahinter. Okay, warte. Habe ich noch so einen Marker auf der Map? Nee. 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 Das heißt, jetzt müsste... Jetzt müsste... Genau. Jetzt ist nämlich hier die Tore-Dings weg. Die Tore-Quest weg. Jetzt sind es wirklich nur noch Zahnräder und Krüge, die ich, äh, übersehen habe. Der bringt mich aber nicht zu den... Nee. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn er mich zu den Krügen geführt hätte. Aber das macht er nicht. Schade. Schade. Hm. Aber nice. Weißt du, gestern doch noch, da sind viele Wege, oder? Ja, ja, na, bei der Bastion... In die Bastion muss ich ja eh nochmal. Aber mir fehlt ja auch... Also offensichtlich hier auch immer noch ein Krug. Das ist halt nicht unbedingt hilfreich, wenn hier ständig irgendwas nachspawnt. Es fehlt halt auch noch ein Krug. Äh, ein, ein... Was sag ich denn immer Krug? Äh, Zahnrad. Hier. Im... Im Hydrun-Teig. Ne? 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 High-Zoom. Hey, Ingo, schon guten Abend. Oh, war es nicht ganz richtig hier in der Ecke, oder? Naja. So, jetzt sind wir wieder hier draußen. Hier ist wieder nachgespawnt. Das ist furchtbar. Das ist einfach schlimm. Was ist denn nun los? Wir hatten hier Akku. Ja, die Frage ist, wo ist hier das letzte Zahnrad? Das ist halt... Könnte überall sein. Oh, das klingt aber nicht gut, Wallen. Das klingt wirklich nicht gut. Ah. Oh, nein. Oh, nein. Was gibt's zum Testen umsonst? Oh, Wallen fahren in diese Grundgrad bei... Ach, Wallen of Warcraft. Ah. Nio, Hallöchen. Hm. Hm. Die meisten Leute sind wie Katzen. Sie fauchen und sträuben ihr Fell, um gefährlich zu wirken. Oder kauern nieder und hoffen, dass man sie nicht sieht. Wenn man ihnen aber zeigt, dass man weder ein Opfer noch eine Gefahr ist, liegen sie einem, ehe man sich's versieht, schnurrend auf dem Schoß. Katzen schlagen nach meinen Füßen, selbst wenn mich niemand sehen kann. Das erklärt einiges. Ach, ja, ich weiß nicht. Könnte halt echt hinter jeder verfluchten Ecke sein. Nicht einfacher machen. Dieses Nachspawnen der Ernst immer. Ja, da hoffst du schon. Yay, warte, vielleicht. Nein, doch nicht. Hier oben war ich. Da war ja dann noch das Tor. Moin Siri, Hallöchen. Unten war ich auch. Da sind wir dann nach unten geschwungen, ganz doll weit. Tja. Sorry, der... Weiß ich jetzt auch nicht. Wir könnten in den Bastionen noch gucken. Aber ich will jetzt halt auch nicht stundenlang im Kreis rennen. Das ist halt auch irgendwie doof. Da ist die Bastion. Aber die sind wir dann komplett abgelaufen. Schaut dir das mal an hier. Also auch hier... Wir sind ja dann hier hinten, hatten diesen kompletten Bereich noch entdeckt, den wir vorher nicht gesehen hatten. Ich wäre halt ungern jetzt noch stundenlang rumlaufen nur. Wollt ihr auch kurz auf streamen oder länger? Heute länger. Heute, heute, heute länger. Länger. Guten Abend, Spiritus. Heute, da ist Zeit. Zeit, 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 Zeit. Ja, bis 6 Uhr früh vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht nicht so lange. Morgen früh geht ja auch wieder gegen 11 dann der Stream an. Also, ne? Deswegen ist es immer so ein bisschen... Nee. Noch gern schlafen. Vielleicht was essen. Solche Dinge. 5 Uhr reichen, da muss ich los zur Arbeit. Amstagsarbeit. Oh, hey, wir waren hier hinten noch gar nicht, oder? Da ist ein Krug. Na, immerhin. Kobalkelch. Der Boden dieses Krugs ist mit einer blauen Substanz überzogen. Keinen könnte wissen, worum es sich dabei handelt. Stab des Graufischers. Heilung bei Tod. Hm. Und Fokus gewinnen. Nett. Da hast du halt echt eine Angel auf dem Rücken, ne? Sag's nur. Während der Zeit des Altertums suchte ein Magier, den man den Graufischer nannte, die tiefen Wege auf und legte Köder in unterirdischen Seen aus, um den seltenen Blind-Tetravar zu fangen. Der gerissene Schwimmer biss zwar niemals an, doch der Stab des Magiers fing in den darauffolgenden Jahrhunderten mehr als nur eine arme Seele ein. Ulf, schönen guten Abend. Hi, Trick. Eigentlich aus Heidruns Teil geworden. Ist der Kuchen fertig? Das wär's. Oh, jetzt Kuchen. Oh, Omnomnom. Oh. Aber ich glaub, warte mal, hatte sie nicht schon eine Rüstung gekriegt? Ein neuer? Nee, weiß ich gar nicht. Geht die noch? Varric hat eine. Ich hab eine. Cassandra hat noch keine neue Rüstung. Cassie. Oh. 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 Der ist halt leider nichts sonst, ne? Also du kannst da nichts reinbasteln. Aber 312 Rüstungen ist halt schon ein himmelweiter Unterschied. Hätten noch Donuts. Willst du? Oh ja. Oh ja. Grüße aus dem Backofen. Lots of loot and stupid devs I heard about on Twitter. Hello, dear Eagle. Schönen guten Abend, Eagle. Ja, schick, Cassie. Also, Mensch. So übel aus. Gut. Damit hat Cassandra dann auch eine neue Rüstung. Sehr schön. Freut mich. Bist du? Da hab ich eine Expedition freigeschaltet hier. Ah. Ah. Guck. Gott, fress Koma. Ich sterbe. Was gab's denn Leckeres? Bin so ripp. Ripp. Oh, hi. Nein, ich verhe loss. Nein, ich war nicht. Ich war nicht so dran temporär. Okay. Schnellkratz. Links hoch kam man nicht wirklich. Da musste man, glaube ich, da kam man nur von oben runter. Nachgesehen hast du, ob es weiterging? Weiß ich nicht. Ich bin nicht mir halt unsicher. Ich dachte eigentlich, wir sind jetzt wirklich alles abgelaufen, aber das heißt ja nichts, wie man merkt. Was gab's denn nun eigentlich? Ja, darauf hat Wolf nicht geantwortet, was es gab. Boah, Lasagne gibt's bei uns am Wochenende, glaube ich. Dachte ich. Minz Morgen und Samstag. Hm. 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 Äh, Perry, Decke für den Foto. Selbstgemachte Lasagne? Ne, naja, ich, ähm, tatsächlich liegt's mehr an mir. Ich stehe hier tatsächlich auf so ne, so ne fertige Mischung. Ähm. Dann nur hat die einmal komplett selbst gemacht. Die war auch gut. Aber die hat nicht so geschmeckt wie bei Oma. Ja nun, so ist das. Ähm, Altbiener Suppentopf. Und irgendeinem Gulasch mit zwei Scheiben, Servettenknüll, Schwiegereier, halbgeschnitten Würstchen. Oh, Alter. Niemand stinkt gegen Oma an. Ja, eben. Ja, und wenn Oma das halt so gemacht hat, dann hat Oma das so gemacht. Ja, also. Ja. Wo ist das halt? Okay. Da ist doch. Alter, da ist er. Verkelch. Die Flecken auf diesem Krug sehen nicht nach Mooswein aus. So, jetzt bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich muss gestehen, dass mir jetzt die, die Zahnräder sind mir eigentlich egal. Weil, das war's tatsächlich. Also, damit haben wir jetzt, ähm, alles was wirklich, also was wichtig ist, ja. Der Rest, also die Zahnräder sind ja jetzt nicht mehr relevant. Geil. Oma hat Fertiglasagne gemacht? Naja, sie hat diese Mischung genommen. Dafür. Ja. Die sind Ersatzzahnräder. Ja, das denke ich auch. Die sind halt Ersatz gedacht. Also, ne, beziehungsweise wenn du halt, je nachdem wo du halt langlatschst. Wobei die ja offensichtlich gut versteckt sind. Also. Die können ja sehr gut versteckt sein. Weil, keine Chance hier zufrieden sind. Aber so komm ich, so komm ich gut klar, ne. Weil ich hab ja sowieso gesagt, also ich mach keinen 100% Run. Diese, diese ganzen Sammelgeschichten sind mir eigentlich, äh, ne. Das hier war wichtig. Das war mir wichtig. Cool. Jetzt fehlt mir halt in den Ruinen, in den vergessenen Höhlen und hier in der Bastion der Reihen fehlt mir halt jeweils noch ein Zahnrad. Aber naja. Damit kann ich leben. Tatsächlich. Bevor wir jetzt hier noch Jahre rumlaufen. Hm. 50 Jahre Kocherfahrung wegzupacken. Äh, fertig, ich mich nicht um zu kochen. Du bist grausam. Entschuldigung. Na ja, links auf der Karte, da waren wir. Hier. Oder? Wir gucken gleich nochmal hin. Okay. Ich glaub, das führt zu einer anderen Map, Onkel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da waren. Aber es kann sein, dass wir dieses, ähm, dass wir das erst freigeschalten hatten. Gab aber jetzt irgendwie kein Leder. Das war ja merkwürdig. Ähm. Wir gehen noch einen Weg, oder? Ja, aber da waren wir, glaub ich. Ich guck, ich guck trotzdem nochmal hin. Jetzt ist es auch weg. Guck mal, wie das jetzt weg ist. Das ist einfach so irritierend. Jetzt ist hier die Expedition weg. Ja, wir laufen da nochmal hin. Links rum und dann gerade hoch. Boah, ich weiß gar nicht, ob man da gerade... Kam man da gerade hoch? War genau der Punkt, oder? Hier ist es überhaupt... Ja, das war da oben, ne? Da kann man nämlich gerade... Da kann man gar nicht gerade hoch, sondern da kann man irgendwo von... Ja, was weiß ich von, wo man da hinkam. Weiß ich nicht mehr, aber wir waren dann dort. Ah ja, das ging hier links... Hier hinten links dann rein. Okay. Hier so. Ja, hier ging das rein und dann hier hoch. Ganz klar, war Hallöchen. Da oben ist Loot, an den ich nicht rankomme. Der wird mir verwehrt. Ja, den kennen wir schon. Darf ich einfach nicht... Da kann ich nicht... Den kann ich nicht angrabbeln. Der schwebt hier halt ein bisschen, Kacke. Die tiefen Wege sind DLC. Ja. Siri. Ja, ja. Genau. Und hier sah die Map ja dann auch so merkwürdig aus. Hier gab es dann mehrere Wege. Einmal rechts lang und einmal geradeaus. Genau. Hier kam man hier oben hin. Das, was man von außen sieht, sozusagen. Oh, das wollte ich nicht. Und dann gab es noch den anderen Weg. Und das sind wir aber gelaufen. Also wir waren da. Genau, und hier kommt man dann hier hinten auf die... In diesen anderen Bereich. Ganz strange hier. Die Karte nur blöd gemacht. Ja, ist sie. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Es ist super, super merkwürdig gemacht. So, und dann schließt sie nämlich hier. In dem Stein ist eine Inschrift. Nur jene, die glauben, finden den Weg. Wie subtil. In dem Stein ist eine Inschrift. Nur jene, die glauben, finden den Weg. Wie subtil. Ähm. Ein Glück, dass es funktioniert hat. Die Alternative wäre äußerst unschön gewesen. Also, Kleiner. Habt ihr je eine richtige Kampfausbildung erhalten? Nein. Ich ziele dahin, wo das Messer hingehört. Ja, das klingt einleuchtend. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Ein Altar. Für Opfergaben? Oh. Hallo. 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 Stehe ich hier etwa vor Gericht? Ich fühle mich ziemlich abgeurteilt. Und hoffen darauf, einen Blick auf den Nacktkönig erhaschen zu können. Bislang hat er sich jedoch noch nie gezeigt. Gott sei Dank war ich noch mal hier. Ach, schön. Das ist aber sehr schön. Fantastisch. Ja, also darauf, das wäre ehrlich gesagt sowas gewesen, dass wenn ich jetzt, bevor ich jetzt gegangen wäre, also das Gebiet hinter mir gelassen hätte, hättet ihr mich auf sowas durchaus noch hinweisen können. Ja, das ist dann schon okay. Bevor ich sowas übersehe, das wäre ja furchtbar gewesen. Wäre das ja. Ist schon fertig mit dem DSI. Ja. Das wäre ein schöner Thron. Ja, durchaus. Gut. Dann. Haben wir es jetzt aber, glaube ich. Wirklich. Denke ich. Ne? Würde ich jetzt mal meinen. Nosch. Laden wir alle Freunde zum Hasenberaten ein? Nein. Nein. Schick. Das war sehr, sehr schön. Ein Drache in den Höhlen muss ich nur finden, Kappa. Ja, ist schon klar. Sie erinnern, die jetzt ist genauso gründlich spät. Dann haben wir noch eine Menge Spaß vor uns. Wir sind ja erst bei 100 Stunden oder so. Ich rechne nicht unter 150 Stunden. Sag an du, Hallöchen. Ich stehe in der Mainquest da. Immer noch. Da stehe ich schon ziemlich lange. Hi, Maras. Weiß ich noch nicht. Ja, Locke. Ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich will gerade mal nur ein bisschen, ähm... Nur ein bisschen Stuff ablegen und so... Und rumgucken. Aber ja, den Gedanken finde ich nicht schlecht. Welches Level haben wir denn? Ich glaube, 22 bin ich jetzt. Ha! Flirium-Siegel. Toll. Wattenkack. Ich kann direkt weg. Zoom. Ein Müll. Äh... Zoom. Jetzt würde ich bei unserer Ausrüstung, die wir haben, tatsächlich mal durchschauen wollen. Also erstens... Blaue Sachen kommen grundsätzlich weg. So, die hier ist Stufe 8. Die kann auch weg. Okay. Das ist genauso, wobei ich hier gerne... Ja, wobei... Nee. Echt? Okay. Elf. Ein bisschen aufräumen. Ähm... Ähm... Nee, ich muss... Ich muss, ähm... Geht's gerade nicht um Blackwall knutschen. Das ist auch immer schön. Aber mir geht's gerade hauptsächlich darum, dass wir... Ähm... Noch Zeug draufbauen können auf die Ausrüstung. Das war so der Punkt. Und... Hm. 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 Wo ist mein anderer... Das ist Skill-Koala. Ich find's voll lustig, wenn ich sowas sage. Skill. Hi, Skling. Äh... Geh halt mal weiter, sonst stehst du dir noch die Beine in den Baum. Rauch. Hm. Hm. Das geht. Ich google das mal. Oh. Ah. Na sowas. Hui. Ach ja. So. Jetzt. Also. Jetzt gucken wir erstmal bei mir durch. Brauch ich irgendwas? Ähm. Irgendwie selbe gebaut. Da geht nix drauf. Da auch nicht. Ich brauche nichts. Cassandra. Ich brauche eine Rune für die Waffe. Gut. Dann bauen wir doch mal für Cassie eine Rune für die Waffe. Und ehrlich gesagt bräuchte sie auch mal... Ringer. Aber das Problem ist halt irgendwie... Ich habe noch keinen Ring gesehen mit Herausforderungen oder so. Also im epischen Bereich. Im hier... Rilan-Bereich. Warte mal, wenn wir... Das Problem ist natürlich... Äh... Ich weiß gar nicht mehr... Wo... Wie die leeren Rundensteine kaufen können. Wo können wir denn die leeren Rundensteine kaufen? Draußen irgendwo? Oh, da... Um direkt vorm Sofa platt liegen. Ruhmstein. Okay. Inquisitor. Spupp. Neben Blackwall. Das trifft sich doch gut. Dann gehen wir erstmal kurz bei Blackwall vorbei. Gucken wir mal, wie er da sexy am Balken lehnt. Gucken wir mal, wie er da seht. Ihr wünscht Herren? Ah. Kleines, unterwürfiges Wesen, du. Wir müssen nur über unsere Beziehung sprechen. Entschuldigung. Ihr wünscht. Tut mir leid. Ah. Er nimmt dich her. Das macht er schon die ganze Zeit, Joker. Hallo? Äh. Äh. Hm. So. Können wir Ponys kaufen? Es gibt keine Ponys momentan. Warum stehen die beiden immer an derselben Stelle? Ich weiß da auch nicht. Weil. Oh ja. Wir müssen auch hier Zeug bauen, ne? Wir können ja jetzt Bianca Bogen 7 bauen. Wir müssen Dinge bauen. Ach hier. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein sehr konservativer Lieber. Na was nu? Hä? Kalendor? Kann jetzt. Nicht ganz folgen. Also, aber bezogen auf Mögen Frauen sowas wirklich? Jeder Mensch mag andere Dinge. Einfache Antwort. Ich jetzt nicht so. Aber. Ja. Es kann ich halt schlecht verallgemeinern. Flygamer. Vielen, vielen lieben Dank für den Reset. Dankeschön für 16 Monate im Kokon. Du darfst dir Posterbilder Plakate in der Gumminzelle aufhängen. Eine Wand bleibt aber bitte frei für ein riesiges Flauchschraubengemälde. Dankeschön. Dämonentöter-Rune. Mhm. Okay. Es sieht nach vielem aus. Aber nicht nach dem, was du denkst. Und der Dude hier, der hatte ja hauptsächlich Sonstiges, ne? Da kannst du dir hier Einfluss kaufen. Wir haben ja inzwischen echt viel Geld. Wir haben ja hier unten. Wir haben richtig viel Kohle. Nee, Koala. Ich ging davon aus, dass Kalendor das mit Herren und so meinte. Mich dürft ihr gern eure Lordschaft nennen. Bye-bye, Retro-Eggie. Schönen Abend noch. Hi, Erdrexen. Die hab ich schon lange, Kalendor. Die Pläne im Emporion an. Ja, die zählen nicht. Die zählen nicht, Onkel. Oh, hey, Kerrwings. Ich habe eben der Meisterspion in Bericht erstattet. Okay. Voll. Super. Hm. Könntest du auch eure Durchlaucht. Durchlaucht. Ach ja. Natürlich wurde das geklebt. Natürlich hatte ich euch das geklebt. Na klar hatte ich euch das geklebt. Was auch sonst? Na, ich weiß ja nicht, Kalendor. Hab ich mir immer noch irgendwelche Rezepte? Oder ich brauche auch immer mal Metalle oder irgendwelchen Scheiß? Ich will mir jetzt keinen Einfluss kaufen. Kommt ihr von der Inquisition? Äh, so. Hier. Ich würde gerne eine Rune des Verderbens bauen. Gegenstand herstellen. Danke. Danke. Gut. Die kommt... Achso, nee. Dann muss ich hier auf Aufwertung. Waffe modifizieren. Und zwar bei Cassandra. Die kommt auf Cassandras krasse Waffe. Auswählen. Ah. Verständigen. Jo. Gut. Hält schon mal sehr schön aus. Von der Pink-Visition. So ist das, ne? Hi, Ulitsch. Hallo, Jeffro. Irgendwas extra angestellt, um auf die Menge Geld zu kommen? Nö, das ist einfach nur Zeug gesammelt und verkauft, was ich nicht brauche. Nö. Nö, nö. Nichts sonst angestellt. So. Wo ist mein Name? Also. Ich bin Fertsch. Cassie ist Fertsch, ne? Jo. Gut. Dann haben wir noch Cole. Man nennt's auch Gier. Ey! Cobridge, danke für das Zwangsverflauschen von Kalendor. Kalendor ist damit im dritten Monat im Kokon. Und bekommt dank dir Licht in die Gummizelle. Musst allerdings noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten. Kalendor, bis dahin das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Ich danke dir, Cobridge. Dankeschön. Gummisch, schönen guten Abend. Und Reichtum durch professionelles Extremlooten. Genau. So funktioniert's. So, dann brauchen wir hier noch eine Rune. Da ist eine Feuerrune drauf. Das ist aber halt auch nur ein blauer Dolch. Da hätte ich ja schon gerne mal... Wir könnten mal gucken, ob wir eventuell einen Waffenplan gefunden haben, dass wir was Besseres bauen können. Da müssen wir mal nachschauen. Also hier, ich brauche für ihn noch eine Rune. Hier geht ein Siegel drauf, aber ich mag keine Siegel. Die haben immer leider noch einen negativen Effekt. Also noch eine Rune für Cole. Eine Rune für Cole. Eine Rune für Cole. Und herstellen. Sehr gut. Das ist auch die letzte tatsächlich, die ich aktuell herstellen kann. In demnächst ist es auch gar nicht so schlimm. Was ist denn du da jetzt? Nee, das mag ich nicht. Da hab ich jetzt keine Lust drauf. Was haben wir denn noch so? Schlimm. Gut, sieht's aus. Ja. Danke. Das ist ein guter Vorschlag. Wirklich nicht so. Der negative Effekt ist durchweg zu hoch bei den Dingern. Ja. Naja, also es ist halt irgendwie... Es ist so gleich. Also es wäre ja schön, wenn der positive Effekt wenigstens ein bisschen besser wäre als der negative oder so. Hm. Hm. Ja. 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 Sehr gut. Alter, 519 Schaden pro Sekunde. Der ballert halt richtig. Hm. Nein, 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 Jörg. Äh, ist gut. Das passt schon. Äh, Erfrischungssticks. Habe ich hier jetzt. Habe ich hier jetzt Erfrischungssticks. Normal Kalendor mit zwei Prüfungen aktiv. Okay. Ähm. Gut, dann haben wir das. Und dann müssen wir auf jeden Fall für Beric... Äh, hier. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier alles bauen können. Na, es ist ja schmecken, Hava. Hey there, Elder Blue. Hello. Hello. I had a great day. I hope you are doing well. 6 Quadratmeter Bienenweine eingesät. Und die Bienchen meistens bestäubt haben. Oh, schön, Barney. Das ist schön. Hm. Okay, also wir brauchen definitiv bei ihm für Bianca was. Die macht halt... Das macht super wenig Schaden. Mal gucken, was wir hier bauen können. Mal gucken, was wir hier bauen können. Achso, das müsste sich ja eigentlich hier finden. Oder? Was hier, ne? So was. Ihr nehmt doch, Chat. Nehmt ruhig, los. Nehmt. Ich teile doch gern. Nehmt. Oh, ihr wollt nicht? Hm. Na, ich hab's euch ja angeboten. Hm. Hm. Komplett. Danke fürs Zwangsverflauschen von Igel. Igel ist damit im 41. Monat im Kokon und bekommt eine goldene Klobürste. Ha. Nehmt es nicht, es ist eine Falle. He 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 he. Garstiger Raupe. He 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 he. Ach ja. Da. Also, ich brauch das hier, ne? 14 Leder. Hm, hm, hm. Ich würd hier gerne nach der Stufe sortieren können. Es ist so ätzend einfach. Ich finde das nervig. Die Schokolade versteigt jetzt zu Kopf. Rache für uns kommen. Garstige kleine Raupe. Garstige. Karma erwischt auch unsere Alperraupe. Irgendwie und wann. Das macht Rüstungsdurchdringung. Das ist auch Stufe 4, aber das ist halt... Dem Drachenzeug kann man halt auch nicht ewig nachkaufen, oder? Also irgendwann ist bei der Stufe 4 Ressource doch mal Schluss. Oder? Wie ist das? Ich glaube, das ist begrenzt. Ätzend. Eigentlich brauche ich Großbeerenhaut. Warte, ich schreibe mir das mal kurz auf. Großbeerenhaut. 5. Dabei sind es nur 20 oder 40 mal kaufbar. Stufe 3 gab es 100 mal zu kaufen. Da fällt mir ein... Wir müssen einen Inquisitionsbonus haben. Ich habe schon lieber einen Nachschub und Kappen heute rein. Nice, Barney. Wir müssen ja einen Inquisitionsbonus haben. Was war denn das? Was war denn das? Ich würde eventuell mal hier reingehen wollen. Einkäufe der Inquisition können deren Ruf nutzen, um eine Lieferung ebenso seltener wie wertvolle Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Und dann gibt es nämlich hier noch anspruchsvolle Kunden. Lieferung äußerst seitens hochwertiges Material für deren Handwerk. Und dann gibt es noch den hier. Wisst ihr, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Hoffe ich zumindest. Hm. Ist schlimm heute, Locke. Richtig, richtig schlimm. Ich glaube, ich nehme das mal. Hm. Kriegen wir das jetzt eigentlich einfach? Oder wie läuft das? Wow. Gut, das war jetzt nicht so faszinierend. Wir haben aber auch keinen Händler für Werkstoffe hier, ne? Also ich muss dafür wirklich immer ins Emporion, oder? Ist aber auch irgendwie beschissen. Warum haben wir denn hier keinen Händler für Werkstoffe? Nervt mich, ich muss mich immer da rüber teleportieren. Hm. Ich ziehe die Vernunft über die Gier für Einzeltöne wieder. Wäre ja auch okay, wenn ich die Gefäße raube mir das Zeug jetzt um die Nase reiben würde. Prüge. Vorsicht, wird laut. Alles hier steht zum Verkauf. Kann ja auch einfach mal leiser machen. Ich dachte mir jetzt gerade, ich muss, ich muss ihn ja nicht immer uns anbrüllen lassen, oder? Nehmen wir einfach gleich mal ein bisschen mehr mit. Hm. Soll ich das hier gleich noch mitkaufen? Am Ende hole ich das eh irgendwann. Hm. Was isst du da? Erfrischungssticks. Hm. Kennt ihr den Witz von Be Formless nicht? Der ist uralt. Das Ding ist immer bei so, bei den Plänen hier, ne? Da stellt sich halt immer die Frage, lohnt sich das? Ne? Das finde ich halt so schwierig. Finde ich unfassbar schwierig. Woher soll ich wissen, ob sich das lohnt? Oder ob das einfach rausgeschmissenes Geld ist? Hier sehe ich ja wenigstens, was ich dafür kriege. Ja. Das wäre zum Beispiel ziemlich geil. Wenn wir mal ehrlich sind. Der wäre für Kohl ziemlich geil. Als zweiter Deutsch. Da rungst der halt richtig. Vor allem hat der nochmal Block drauf, ne? Der baut mit dem Ding noch Block zusätzlich auf. Was ist in diesen Erfrischungssticks denn drin? Kalt? Also ja, die sind kalt. Also die waren im Kühlschrank. Und die sind mit einer orangen Zitrone Flüssigkeit irgendwas gefüllt. Ne? Also die schmecken halt irgendwann nach Zitrone. Irgendeine Chemie drin. Keine Ahnung. Ne, es ist nicht das Mango. Ne, ne. Ich habe jetzt... Also das waren jetzt die orangen Zitrone. Die normalen. Okay. Ich glaube, den nehme ich mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Den kriegt Kohl. Der ist einfach geil. Das hier passt nicht auf den Bildschirm. Das ist auch super. Da weißt du halt nicht, was du kriegst. Ja, korrekt. Ja, korrekt. Die Formel ist. Ja, ganz genau. Ja, also Hauptzutat ist natürlich Zucker. Dann kommt Wasser. Dann Kakaumasser. Dann Kakaobutter. Orangensaftkonzentrat. Milchzucker, Butter, Rheinfett. Röhrungsmittel. Emulgator. Aromen natürlich. Zitronensaftkonzentrat. Und Säureregulator. Ne? Aber die sind trotzdem lecker. Und Klarlack. Ganz langsam. Ne, gar nicht. So drückt die immer. Ja, hier weißt du halt genau, was du kriegst. Hast du keine Ahnung, wie viel Schaden das Ding macht. Das ist doch auch irgendwie dumm. Naja. Gut. Ähm. Hm. Das ist doch auch irgendwie. Vielen Dank. Den nimm mal mit. Schrei mich nicht so an, du Kunde. Das klingt wie mein Bartreiniger. Dein Bartreiniger ist Zucker, das finde ich aber irgendwie nicht sinnvoll. Und Schokolade finde ich jetzt auch nicht sinnvoll. Ich vergleiche mich jetzt unsittlich an einer Packung Brokkensplitter. Hm. Hm. So. Das heißt, für Cole haben wir einen neuen, einen wundervollen neuen Dolch. Das heißt, ich bräuchte da eigentlich auch noch eine neue Rune. Wollen wir nachher mal gucken, Onkel. So, was habe ich jetzt noch geholt? Ich habe noch für Varric einen Ring geholt. Damit hier auch endlich mal der blaue Ring weg ist. Schön. Sehr, sehr schick. Sehr gut. Läuft. So, jetzt wollten wir für Varric noch die ganzen Aufwertungen für Bianca bauen. Und damit der auch mal wieder ein bisschen Schaden macht. Hm. Hm. Nix und Masch. Dies und... Hier vor Richtung 4. Die wollte ich bauen. Und zwar mit Großbeerenhaut. Deswegen habe ich die gerade gekauft. Wupp. Okay. Und jetzt noch ein Griff. Offensichtlich auch das mit Großbeerenhaut. Gut, dass ich gleich mehr gekauft habe. Oh. 25 Geschicklichkeit ist doch schon mal schick. Und Bogen 7. Tal und Leder kommt da rein. Sollten wir machen, oder? Sollten wir das machen? Oder eher nicht so. Warum nicht? Naja, weil Drachenknochen begrenzt sind. Okay. Brandtiplinks-Track. Okay. 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 Wobei das nicht viel Unterschied macht. Das sind nur acht Unterschied, ne? Servusratentot, Hallöchen. Ja, be formless. Hast du denn schon sowas drin? Dann würde ich sagen, ja. Wie meinen? Nachtpopolzen. Ah, überzeugt. Ist ja gut. Trennung bei Treffer, Rüstungsdurchdringung, Angriff. 18 Angriff mit Everit. Everit kaufen, oder was? Nuss-Off-Block-Schaden. Traucheln. Everit oder Sturmherzen brauche ich noch. Aber für den Rest habe ich genug, oder? Hier kommt auf jeden Fall wieder Fußbärenhaut rein. Und hier vermutlich auch. Ordentlich Crit drauf. Und hier brauche ich halt Everit oder Sturmherzen. So, ich wollte ja noch mal gucken. Ah, das habe ich mir gedacht. Umfiehlt Lyrion. Äh. Da können wir aber mal kurz hier... Warte. Weil ja, ich weiß halt auch nicht mehr, was es hier zu kaufen gab. Wir können ja mal kurz hingucken. Mach das, Wolf. Wir können ja mal kurz gucken. Sturmherzen und Everit wird es ja hier auf jeden Fall geben. Weiß noch nicht, ob es hier auch Drachenknochen oder so gab. Im Fall gibt es dort auch Drachenknochen, dann kaufen wir die gleich weg. Nehmen wir die gleich mit. Ach so, apropos. Hatte ich die nicht losgeschickt? Ich glaube auf 100 begrenzt. Ja, ja, das ist ja okay. Ja. 150 sogar. Okay, da ich die jetzt nicht brauche, lasse ich die hier. Ich brauche gerade... Äh, Sturmherzen. Einfach mal 30 mit oder so. Das ist ja schon krass. Alter. Ja, da merkt man, dass man doch nicht so viel Geld hat, wie man denkt, dass man hat. Das merkt man dann aber ganz schnell. Übel. Falsches Spiel mit Drachenknochen. Ja. Ziemlich gelutete Traufe. Ja, die sind ja begrenzt. Also selbst Drachen hast du ja nur begrenzt. Also die Drachenknochen sind tatsächlich, oder Drachenschuppen, alles, was hier mit Drachen zu tun hat, ist wirklich, äh, ressourcentechnisch beschränkt. Deswegen ist dann halt immer so die Frage, okay, für was, ähm, gibst du es aus? Dachtest du dich erst Lakritz? Ne, ne, das war kein Lakritz. Hm. Moin, Thierry. Nie was gekauft, aber es gibt doch so tolle Sachen, die man kaufen kann, Joker. H-Schnackung 3mm angebunden, anstatt der 4, die ich sonst immer hab. Ich hab sofort ja gesagt, mit dem Fahrrad bin ich jetzt viel schneller. Hm. Feuer ist hübsch. Die Welt braucht... So. Äh. Hier rum ging... Ne, warte, worum ging's? Da rum. Also, Drachenknochen. Äh. Großbärenhaut. Nochmal Großbärenhaut. Und... Ja, die Sturmherzen jetzt geholt, ne? Genau. Alles klar. Dann basteln wir das mal... in Bianca ein. Die Krikt. Ein neues Zielmodul. Und... denisode släsch. Ach, wir hatten vorher Bonus auf kritischen Schaden drauf. Jetzt haben wir kritische Trefferchance drauf. Alter, alleine. 53% kritische Trefferchance. Ja, nett. Okay. Das ist doch mal was, jetzt langsam. Guten Abend, Rumpel, René. Das ist doch langsam mal was hier. Eigentlich muss da noch eine bessere Rune drauf. Also wir können schon mal... Wir können schon mal eine Rune basteln. Aber halt leider keine... Also ich kann gerade nur so eine überragende... Nichts sonderlich... Besonderes leider, weil... Hier fehlt mir halt gerade das Zeug für. Da macht man eine überragende Feuerrune. Da ist halt noch eine ganz normale drauf. Nochmal sechs Schaden dazu. Sehr gut. Sehr schön. Das sieht doch gleich viel besser aus. Besserer. Boah. Okay. Jetzt könnte man noch eine... Ich glaube, bei Kohl fehlt dir jetzt auch noch eine Rune, ne? In dem neuen Dolch. Ja. Ja. Da fehlt noch eine. Da gucken wir mal noch nach. Ich kann gerade noch eine Frostrune bauen. Immerhin. Dabei haben wir die da noch rein. Wir brauchen noch einen besseren Dolchkrebs, sehe ich gerade. Haben wir hier einen drauf? Haben wir. Dann nehmen wir den doch. Und ballern den hier unten drauf. Okay, gut. Nett, 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 nett. Schick. Das hier ist weg. Sehe ich denn gerade den Dolch nicht? Den blauen. Den habe ich doch bei Kohl gerade gesehen. Mehrkürtigerweise. Nimmt der beim Modifizieren auch Zeug, was in der Kiste liegt? Das wäre irgendwie seltsam. Okay. Ich würde mit eiskaltem Wasser nass gemacht. Ja. Das ist, äh, eine gute Idee. Das habe ich früher auch schon gemacht. Das geht ganz gut, ja. Komisch. Warum habe ich das blaue Ding gesehen? Das ist bei Werkstuh... Äh, Quatsch hier bei Wertgegenstände, ne? Ich muss mal hier... Genau, dann ist es nämlich auch weg. Das erklärt's. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz gut ausgerüstet soweit. Äh, äh, könnten jetzt noch... Äh, ich wollte beim Bullen gucken, weil ich ja für ihn, ja eventuell für ihn noch einen neuen Helm haben. Äh, 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 der hat halt... Der hat halt... Der hat halt eigentlich schon einen guten... Du wieder, Joker. Hm. Immer dieses triste, ausgewaschene Braun. Was? Götling Jack? Schmerzmittel? Hm. Äh, worum geht's denn gerade? Ich kann dir nicht folgen. Hm. Hm. Frage ist halt, ob wir das tauschen. Die Rüstung färben? Boah, nee, wenn ich jetzt schon noch anfange, mich mit Rüstung färben zu beschäftigen, denn... wären wir ja hier nie fertig. Äh. Äh, äh, die Gegenstandsstufe ist höher, was ja aber noch nichts sagt. Aber da ist halt Kritschungs drauf, da ist Angriff drauf, 9%. Ah, komm, wir tauschen den mal aus. Ah, komm, wir tauschen den mal aus. Waren wir mal ehrlich. So, dann packen wir das in die Wertgegenstände, würde ich sagen. Ähm. Ähm. Ja. Hat hier halt noch eine Rüstung, die ist einfach nur peinlich. Ganz übel. Und dann hatte ich, glaube ich, für ihn aber auch noch ein Zweihänder, oder? Jo. Aber, hallo. Ah, da zieht er da was für dich aus. Ah. Gut, dann kann die nämlich auch weg. Ähm. Okay, was hatte ich noch so? Mal gucken, ob wir gerade noch einen besseren Gürtel da haben. Haben wir nämlich mit Sicherheit. Wird zum Beispiel Trennung besser. Soll ja schließlich Damage machen. Mal eventuell noch ein Ring. So. Weg. Weg. Okay. Also der bräuchte irgendwann mal noch eine Rüstung, eine ordentliche. Aber das ist schon mal was. Jetzt habe ich hier noch einen Stab rumliegen gerade. Will den vielleicht jemand? Dorian. Stab. Klar, oder? Der. Oh, no, crap. Der ist doch. Das ist doch Müll. Guck mal, nimm mal das. Ne? Vielleicht geht's besser. So. Hier können wir direkt wegschieben. Können wir noch gucken, ob hier Vivienne kriegt auch gleich noch einen neuen. Bitteschön. Die kriegt die Angel. Voll hübsch. Gut. Kommen Camouflagefarben auf die Rüstung. Keine Lust auf rosa Truppe. Ne. So. Wenn noch so, ach ja, ich wollte, das hatte ich ja, stimmt. Das ist noch so ein Punkt. Wollte Sarah ja tatsächlich umskillen. Auch wenn das eigentlich totaler Schwachsinn ist. Das ist Schwachsinn. Naja, vielleicht irgendwann. Nicht jetzt. Ähm, das heißt, ich lasse den Bogen da. Ja, schon zu tun hat, mein Lager zu laden. Na was, nü? Ähm. Zu laden. Das ist so geil. Das lasse ich auch mal da. Aber das hier kann auf jeden Fall weg. Das ist altes Zeug, was super schlecht ist. Okay. Das muss ich auch da lassen. Einfach aus Seilgründen. So. Lok Natur. Vielen lieben Dank für den Recept. Dankeschön für das zweite Jahr im Kokon. Du darfst jetzt das Highspeed 56k mit Kokon-WLAN benutzen. Dankeschön. Hallo Hans. Rütende Schwüle-Hitze hier. Wie derlich. Kenne ich. Geht mir nicht anders. Servus Knobi-Wahn. Hallöchen. So. Den Rest verticken wir. Ich würde hier mal noch gucken, ob das, was da drauf ist. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Aber ich denke, das ist Crap. Mit Sicherheit alter Crap, der da drauf hängt. Ja. Das brauchen wir gar nicht runter machen. Das können wir einfach drauf. Gut. Gut, 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 gut. Da habe ich jetzt immer noch Dinge im Inventar. Warum ist das weg? Geht damit. Weg. Wieso sagt der hier, ich hätte noch fünf Sachen im Inventar? Was denn? Hä? Verzeihung. Wo habe ich denn jetzt noch? Ich habe hier gar nichts mehr. Wieso sagt der? Ich habe fünf Inventarslots voll. Was ist das? Ich bin irritiert. Was ist das Zeug hier? Also irgendwelche Questgegenstände? Danke, Chit. Sammelsachen. Okay. Na gut. Okay, okay, okay. Dann sind wir jetzt ziemlich gut ausgerüstet. Das finde ich sehr schön. Dann würde ich jetzt, bitte aber auch aufwischen, dass noch die Kobolde darauf ausrutschen. Dann würde ich jetzt eine kurze Pause machen. Dann machen wir jetzt eine Bio-Break. Ich wische auf, damit die Kobolde nicht ausrutschen. Und dann sehen wir uns nach der Bio-Break wieder und schauen mal eventuell, wo es uns denn jetzt Neues hinverschwebet. Vielleicht ja in ein neues DLC. Schauen wir mal. Eine kurze Pause. Bis gleich. So. Wieder da. Heute in der Stadt einem Täuberich beim Walzen zugeschaut. Sein BBRs muss taub gewesen sein. Und den Korb bekommen. Mist. Schlechte Arme. So. Hm. 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 Hi, Steve. Schönen guten Abend. Und danke für die Wibis. So. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Gehen wir mal hier rüber. Sag mal kurz hier Hallo. Einfach weil. Ich hoffe, dass ihr hier seid. Wir haben Briefe von Archon Redanus aus Tevinter und König Marcus aus Nevara erhalten. Dass sich beide Monarchen an uns wenden, ist nahezu einmalig. Äh. Dann hat sich die Inquisition mit ihren Taten offenbar ihren Respekt verdient. Andernfalls hätten sie uns niemals kontaktiert. Archon Redanus möchte, dass die Inquisition als neutrale Partei einen Venatori-Kult an der Grenze zwischen Nevara und Tevinter zerschlägt. König Marcus erbittet dasselbe, verlangt aber, dass wir nicht Tevinter, sondern Nevara die Treue schwören. Karanras, danke für den Follow. Was würdet ihr tun, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Angesichts seiner angespannten Beziehung zu Orlais? Ich würde dem Reich helfen. Es ist schwer, ihre Freundschaft zu gewinnen. Marcus' Tage sind gezählt. Langfristig ist Tevinter die bessere Wahl. Was für ein Mann ist der König von Nevara? In erster Linie ein alter. Viele befürchten, seine Kräfte könnten ihn schon bald verlassen. Aber er ist ein Pentagast. Seine Dynastie ist ausgesprochen mächtig in Nevara. Wäre Cassandra verärgert, wenn wir ihm nicht helfen? Immerhin ist sie auch eine Pentagast. Bei allem Respekt für Sucherin Pentagast. Aber ihre politischen Interessen sind bestenfalls spärlich. Warum wendet sich der Herrscher von Tevinter gegen die Venatori? Er hat wenig Grund, sie zu mögen. Archon Redanos hat in Korypheus richtigerweise einen Rivalen ausgemacht. Nur wenige Monarchen finden Gefallen an einem selbsternannten Gott, der ihnen den Thron streitig macht. Wenn 40 Tage dauert, bis eine Tätigkeit zur Gewohnheit wird. Das heißt, ich muss nur eineinhalb Monate lang regelmäßig aufräumen. Dann sind die mentalen Schmerzen vorbei, die das normalerweise verursacht. Dann Hans, Let's Fetz. Wo die Besänftigte steht. Ah! Oh ja, Locke, das ist ein guter Tipp. Ja, das machen wir gleich noch. Das ist eine gute Idee. Machen wir gleich. Gut, 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 gut. Ja, dann helfen wir mal Tevinter, ne? Sie hat gesagt, Tevinter, ich vertraue auf ihr politisches, auf ihre politische Erfahrungen. Auf ihre politischen Erfahrungen. Sag dem Archon, die Inquisition wird Tevinter die Gefälligkeit erweisen, die Venatori an seiner Grenze auszulöschen. Sehr gut, Inquisitor. Wir lassen es ihn umgehen wissen. Gut. Hast du noch was? Es ist mir ein Vergnügen. Nö, gut. Alles klar. Tschüss. Dann geben wir das jetzt ab. Das ist eine gute Idee, Locke. Dann geben wir da jetzt erst kurz hin, geben das ab. Dazu muss ich hier hoch. Ja. Äh, 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 äh. Ähm. Nein. Ja. Hier. Zack. Das war's jetzt. Ah, da kommt's alles, alles klar. Gut. Geredigt. Geredigt. Sehr schön. Hier sind wir auch so selten, deswegen gucken wir mal hier kurz. Aber wenn ich vielleicht deine kleine... Die Klappe. Die Klappe. Ich bin von der Einrichtung hier sehr angetan, meine Liebe. Wirklich exquisit. Danke, Vivian. Freut mich, dass er euch gefällt. Sobald diese Sache mit Korypheus geregelt ist, nehme ich euch mit nach Valroyo. Ich möchte euch meine Schneiderin vorstellen. Euer Erscheinungsbild ist wichtig. Wir dürfen nicht zulassen, dass man euch für eine gewöhnliche Bürgerin hält. Sie dürfen nicht denken, dass Andrastes Herold von materiellen Dingen besessen ist. Natürlich nicht, meine Liebe. Aber die Leute sollten auch nicht denken, dass ihr diese Organisation allein durch Gebete leitet. Ihr befehligt eine Armee der Gläubigen, die mit dem Geld des Adels ausgestattet wurde. Ihr müsst eine Frau sein, zu der gewöhnliche Bürger aufsehen und vor der sich Adelige verneigen. Das ist ziemlich viel verlangt von einer Einzelnen, findet ihr nicht? Das ist eine Herausforderung, der sich alle großen Anführer stellen müssen, Inquisitor. Die Geschichten über eure Erfolge werden sich verbreiten. Und mit ihnen der Zweifel. Seid ihr wirklich die Frau aus den Geschichten? Was sie hören, werden sie hinterfragen. Aber was sie sehen, werden sie glauben. Deshalb müssen sie jemanden sehen, der alle Legenden überstrahlt. Bini, habe ich dich eigentlich schon begrüßt? Hallo Bini. Schönen guten Abend. Wenn ihr das von mir erwartet, welchen Erwartungen muss dann die Göttliche gerecht werden? Andraste und der Erbauer werfen sehr große Schatten. Die Göttliche muss für ganz Theidas beispielhaft sein. Die Gläubigen müssen in ihr die Verkörperung des Erbauers selbst sehen. Sie braucht die Autorität des Erbauers und Andrastes Charisma. Es wird keine geringe Aufgabe sein, diesen vakanten Thron auszufüllen. Heiko und Ernieme, moin. Aber bestimmt Mords, die sich das Problem annehmen. Wie kann ich euch helfen? Nichts. Alles gut. Okay. So. Jetzt aber. Beric, alles gut. Nichts. Ich wollte bloß wissen, ob es irgendwas Neues gibt. So. Jetzt. Schick mal doch mal. Andraste und der Erbauer sind beide tot. Die werfen überhaupt nichts. Am wenigsten Schatten. Echt, ey. So. Also, das waren die tiefen Wege. Wir können ja jetzt erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwie die Leute ein bisschen rumschicken können. Was vielleicht ganz sinnvoll wäre, oder? Nachforschung über Lord Enzo. Gibt es neue Erkenntnisse, warum Korifeos Leute entsendet, um ausgerechnet elfische Ruinen zu erkunden? Nein. Ich vermute, er hält seine Gründe selbst vor seinem innersten Zirkel geheim. Ein Bericht aus Antifa überbracht an Liliana. Die Venatori schmuggeln rotes Lyrium nach Antifa, konnten sich uns aber bislang entziehen. Wir denken, sie haben Hilfe von Lord Enzo von Rialto. Enzo ist schlau, beliebt und hat Beziehungen zum antivanischen Königshaus. Wenn wir ohne Beweise gegen ihn vorgehen, würde er seine Spuren verwischen und seine Verbündeten gegen uns aufhetzen. Wir müssen diese Sache mit Umsicht behandeln. Ja, dann. Lord Enzo besucht immer am selben Abend der Woche das Theater. Abgesehen von einigen wenigen Bediensteten ist sein Haus während dieser Zeit leer. Meine Spure könnten ihm einen Besuch abstatten. Dann wollen wir nochmal sehen. So, dann haben wir hier noch die rote Jenny. Das geht aber vermutlich auch hier. Da wäre Cullen sogar besser. Also heben wir uns das noch auf. Dann lese ich das auch noch nicht. Können wir hier den Hafen an der Sturmküste wieder aufbauen. Das ist aber auch was für Cullen, oder? Ja, kann Josephine nehmen. Ist Hauptmann Rylan mit seinem Posten zufrieden? Es ist keine einfache Aufgabe. Aber wenn irgendjemand mit den Westgraten zurechtkommt, dann er. Euer Gnaden. Die Besitzungen der roten Templer an der Sturmküste waren einst ein Hafen. Wenn ihr ihn in euren Besitz bringen wollt, könnten wir euch dabei helfen. Ivo von den Klingen. Darunter geschriebene Notiz in anderer Handschrift. Wir können kaum ein blühendes Handelszentrum erwarten, aber da wir in Ferelden und Orlais Präsenz zeigen, wäre ein Zugang zum Wachen mehr gewissem Vorteil. Natürlich werden uns Bessarians Klingen nur helfen, wenn es ihnen der Herold Andrastes befiehlt. Zusätzlich Unterstützung aus umliegenden Städten beschaffen. Dann mach das. Fangen wir an. Sehr gut. Herzlichen Dank. So, jetzt sind erstmal alle wieder beschäftigt. Blau, ne? Aber ich hab gar keine... Oh. Ein Bericht. Unsere Soldaten melden, dass sie den Stollen ohne Zwischenfall passiert haben und ein recht großes Lager der Venatorie überraschen konnten. Nach dem Kampf mussten sie sich einen anderen Weg suchen, da der Stollen eingestürzt war. Dabei fanden sie diesen Brief, Liliana. Ein Brief aus dunklem Pergament mit offensichtlich zwergischen Symbolen. Ihr versteht es. Anweisung zu befolgen. Respekt vor unserem Territorium ist ein erster Schritt. Wir werden sehen. Allianzen. Die De Rossiers entwickeln sich im Kampf um die Vormachtstellung unter den Adersäusern zu einem klaren Favoriten. Die Montclercs sind gesellschaftlich gesehen nahezu nicht mehr existent und viele ringen um klassische Bündnisse. Lady Eustace Richelieu hat sich als einflussreiche Stimme bei Hofer herauskristallisiert und schlägt verschiedene arrangierte Hochzeiten vor, um vorhandene Bande zu stärken und vermutlich auch den Ruf ihres Hauses als Vermittler und Kuppler. Und hier unten haben wir auch noch was. Verwendung für den gestohlenen Besitz der Freikämpfer. Alles, was wir gefunden haben, wurde der Inquisition übergeben, ist so, dass ihr damit nun auch nach Belieben verfahren könnt. Nochmals danke. Gerne. Für Relden-Seite und nicht blau. Frostgipfelsenke. Hier. Hi Terry, ihr habt noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bye bye. Hm, dass sie Bücher ohnehin kaufen. Ja, das höchstwahrscheinlich. Geldbeuer hat sich noch ein bisschen gewehrt. August war bis jetzt etwas teurer als gedacht. Oh, oh, oh. Wir haben die Region ausgekundschaftet, ein Lager errichtet. Professor Kenrick lässt die Speer alles sammeln, was sie finden können und wir haben auch schon Unmengen uralter Schnallen entdeckt. Ich hoffe nur, diese Unternehmung fördert noch etwas Spannendes zu Tage. Wer auch immer hierher kommt, sollte auf eine feindselige Tierwelt und ungehaltene Avare vorbereitet sein. Dieser Ort ist gefährlich. Ah, die Avare, na dann. Auf geht's. Meine Lieblingstruppe. Tag. Die Avare. Aber wieso ist es nicht als DLC gekennzeichnet? Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Ne, das war Kaffee. Wie Formless. Okay, danke für den Re-Sub. Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Darf ich euch Professor Bram Kenrick vorstellen? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, euer Gnaden. Professor Kenrick unterrichtet an der Universität von Orlais. Ich ließ mich auf Starkhaven dorthin versetzen. Als ich dann in Valroa Jo war, habe ich etwas absolut Unglaubliches entdeckt. Nach 800 Jahren können wir jetzt womöglich endlich herausfinden, wo die Ruhestätte des letzten Inquisitors liegt. Locke, du darfst übrigens, äh, hier, äh, der Baumeister, Mannin kommt bei dir vorbei, schlägt ein Loch in die Wand, irgendwann soll da ein Fenster rein. Leider wurde aber das Fenster noch nicht geliefert. Bis dahin wird es zu deiner eigenen Sicherheit natürlich nur mit Eisenstäben abgedichtet. Dankeschön, Locke. Vielen lieben Dank. Bibi, Trick. Wieso, Akalana? Matt kommt später. Und Matt. Matt kommt auch später. Hm. Den Büchern zufolge war Inquisitor Ameriden ein Drachenjäger, der während seiner letzten Expedition verschwand. Ja, exakt. Wie ich sehe, habt ihr Letrecks Vorläufer der Kirche gelesen. Inquisitor Ameriden trat zurück, kurz bevor die Sucher der Wahrheit durch das Abkommen von Nevara in die Kirche eingegliedert wurden. Er jagte Dämonen, Drachen und gefährliche Abtrünnige noch bevor die Templer überhaupt existierten. Ich finde Geschichte ja faszinierend. Vor allem, wenn sie uns hilft, die Ausrüstung eines berühmten Dämonenjägers aufzuspüren. Hohe Stimme? Naja, es geht. Also es ist jetzt keine, keine super bassige, super tiefe Stimme. Ja, sie ist ein bisschen höher. Hi, Lumpi. Tadä. Hallo, Hossu. Ja, das hoffe ich bei dir doch auch. Das freut mich, Hossu. Wir haben ebenfalls Neuigkeiten. Wir sind im Norden auf feindselige Avar gestoßen. Sie nennen sich Hakons Fänge. Außerdem gibt es noch ein Stamm der Avar im Osten. Im Gegensatz zu Hakons Fängen sind sie uns bislang freundlich begegnet. Wer sind Hakons Fänge? Sie sind feindselige Avar, die jeden Späher oder Forscher der Inquisition angreifen, der in ihre Nähe kommt. Wir haben Soldaten als Schutz entsendet, aber die Hakoninen sind gerissen und erbarmungslos. Außerdem kennen sie die Senke besser als wir. Ich fürchte, unsere Leute werden nicht lange standhalten können. Okay. Hm. Bei der hochtrabenden Vorstellung. Kleine Schale Obstsalat gegönnt. Oh, Obstsalat. Hm. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein wenig plaudern. Natürlich. Hm. Wir setzen unser Gespräch ein andermal fort. Gerade gar nicht so richtig im Gespräch. So. Schön. Ist auch schön. Schick, schick. Requirierungen. Hm. 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 Kann ich hier irgendwo... Ach, hier. Mal ganz kurz durchgehen. Wo ich hier noch auffüllen muss. Beric. Gut. Die Senke ruft. Ja, wir sprechen erst mal noch mit Harding. Wenn wir mit Harding ein bisschen quatschen können... Äh, Quatsch, wir da waren mit Harding. Habt ihr die Pläne für die neuen Lager gesehen? Baumhäuser? Baumhäuser? Das klingt grauenhaft und schrecklich unsicher. Ach. Gefällt euch die Idee mit den Baumhäusern etwa nicht? Doch, die Idee ist gut. Theoretisch. Wir wären dort oben, wo uns die wilden Tiere nicht erreichen können. Aber die Vorstellung, so hoch über dem Boden zu sein... Nichts als Luft unter mir ist einfach... Wer hätte das gedacht? Spärerin Harding hat Höhenangst. Ich? Nein. Ach, was nein? Nein, ich hab keine Angst. Überhaupt, wer hat schon davor Angst? Niemand. Ich liebe es, hoch oben zu sein. Eine wundervolle Aussicht, frische Luft, Vögel, die gegen meinen Kopf fliegen. Na schön. Ich fühle mich in der Höhe ein klein wenig unwohl. Aber verrate das niemandem. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein wenig plaudern. Sie hat nur Respekt vor der Höhe. Genau. Ist Respekt. Habt ihr Ken Rick schon näher kennengelernt? Ein bisschen. Er ist ziemlich nett, nicht wahr? Und klug. Er liebt seine Bücher. Einmal habe ich Hallo zu ihm gesagt, als er gerade in einen seiner riesigen Wälzer vertieft war. Er hat gekreischt wie ein kleines Mädchen. Jetzt kann ich gar nicht mehr damit aufhören. Es ist einfach zu lustig. Wie findet ihr die Frostgipfelsenke? Oh, sie ist wundervoll, nicht wahr? Wenn man nicht gerade in einen Haufen Sumpffischer-Scheiße tritt. Das Zeug ist wirklich ekelhaft. Aber auch hervorragend geeignet, um ein Feuer zu entfachen. Sofern man den Geruch erträgt. Ugh. Ich sollte vielleicht dem Kommandanten davon erzählen. Das Zeug wäre perfekt für eine Belagerung. Ihr wollt Tierkot als Waffe einsetzen? Das ist irgendwie niederträchtig. Und wer sagt, dass Kriege anständig geführt werden? Außerdem würde ich es ja nur als letztes Mittel empfehlen. Ne? Die Siegelsynchro von Harding ist um Längen besser als die Stimme im Hauptspiel. Ist das nicht dieselbe Stimme? Bortschwinner? Das ist ja die gleiche Stimme. Aber ab dem zweiten Stockwerk wird es kritisch. Höhe ist kein Problem. Die Tiefe darunter hingegen. Was denkt ihr über unsere Fortschritte im Kampf gegen Korypheus? Wir kommen voran. Und ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Alle arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Das fühlt sich gut an. Es heißt, ihr wärt in einem Dorf aufgewachsen. Wo habt ihr gelernt, wie man kämpft? Wie man einen Bogen spannt und all das? Ein bisschen hier, ein bisschen da. Man lernt so einiges, wenn man ein kleines Zwergenmädchen in einem Dorf voller rotziger, fereldischer Jungen ist. Ich bin mit der Klinge keine Künstlerin. Ich weiß einfach, was wehtut und wie man jemanden möglichst schnell ausschaltet. Ich habe in meinem Leben schon reichlich Schienbeine maltretiert. Und auch einige andere Körperteile. Ihr wisst schon. Und das Bogenschießen? Ein reisender Jäger hat mir meinen ersten Bogen geschenkt und mir die Grundlagen beigebracht. Anschließend habe ich für mich allein weitergeübt. Hauptsächlich ein Eichhörnchen. Und ein Henrik von nebenan. Aber nur mit stumpfen Pfeilen. Das würde mich jetzt echt wundern, wenn die da zwei verschiedene Sprecher genommen hätten. Ich fliege nicht weit, aber tief. Ich würde mich auch nicht mit Harding anlegen, aber ja, ich mag sie sehr gerne. Das auf jeden Fall. Ich habe gehört, eure Familie lebt in Ferelden. Ja, meine Mutter und mein Vater. Als ich mich der Inquisition anschloss, habe ich darauf bestanden, dass sie nach Denerim ziehen. Botschafterin Montillier sagte mir immer, ich soll sie doch mal in die Himmelsfeste einladen. Sie denkt, sie wären stolz auf mich. Aber nach Haven kann ich das einfach nicht, versteht ihr? Nicht, dass ich euch oder unseren Soldaten nicht vertrauen würde, aber... Ich will einfach nur, dass sie in Sicherheit sind. Und wenn das bedeutet, dass sie einiges nicht selbst sehen können, ist das auch in Ordnung. Meine Mutter schreibt es ohne Indien an Hilfe. Was denkt ihr über die Avar? Als ich noch ein kleines Mädchen war, hat mir eine Frau aus unserem Dorf immer Geschichten über die Avar erzählt. Jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst zu sehen, wie sie leben. Und es ist vollkommen anders, als ich es erwartet hätte. Sie sind ziemlich groß, findet ihr nicht auch? Ich denke darüber nach, Kommandant Cullen einen Vorschlag zu unterbreiten. Avar verbündete mit zwergischen Bogenschützen auf den Schultern. Sie wären unbesiegbar. Das klingt sehr gut. Wir setzen unser Gespräch ein andermal fort. Na dann, passt auf euch auf. Ebenso. Gut, dann reden wir mit dem Professor. Wie schön es hier ist. Eine verdutzte Anmerkung. Eine Anmerkung, die einem Buch mit dem Titel Soluzer, Fernai, Durettes Sieg und Herrschaft beigefügt ist. Lady Harding. Ich könnte die Einschätzung einer Expertin brauchen. Obwohl es überaus beeindruckend wäre, kann der auf der gekennzeichneten Seite geschilderte Sieg doch wohl unmöglich so zustande gekommen sein, oder? Bram Kenrick. Doch, durchaus. Sie braucht nur genügend Äpfel. Harding. Hm. Was für in dem Sumpf? Hm. Ein handgeschriebener Brief. Worte, mein Schatz. Ich hoffe, du bist gesund und glücklich, wenn dich dieser Brief erreicht. Ich habe mir letzte Woche einige Karten von Ferelden und Oli besorgt. Ich habe sie von Hugin, dem alten Soldaten, der diese Hütte auf Herrin Johans Hof gepachtet hat. Du erinnerst dich doch an ihn, oder? Ein ruhiger Mann, der immer in seinem Stuhl auf der Veranda sitzt und Pfeife raucht. Er brauchte die Karten nicht mehr, also habe ich ihm dafür ein paar Gläser meiner Marmelade gegeben und ihm seinen Mantel gepflegt. Wann immer du mir jetzt von deinen Reisen erzählst, kann ich nachverfolgen, wo du überall gewesen bist. Meine kleine Borte. Ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich mir all die gepunkten Wege ansehe, die ich auf meiner Karte schon eingezeichnet habe. Welche Orte deine Füße schon berührt haben, mein Schatz, ich bin so unglaublich stolz auf dich. Als ich in deinem Alter war, hatte ich es noch nie weiter als bis nach Laudering geschafft. Und meine Mutter hat Redcliffe niemals verlassen. Sie hat dort gelebt und ist auch dort gestorben. Und jetzt sieht dich an, wie weit du herumgekommen, wie weit du herumkommst und welche wichtige Aufgaben du erfüllst. Mein Verstand kann es kaum fassen, aber mein Herz zerspringt fast vor Stolz. Ich will nicht allzu viel deiner Zeit in Anspruch nehmen. Ich weiß ja, wie viel du zu tun hast. Während ich diesen Brief schreibe, sehe ich mir auf der Karte das Frostgipfelgebirge an, denn ich weiß, dass du vermutlich in eurer Himmelsfeste sein wirst. Denk bitte daran, dich warm genug anzuziehen. Ich schicke dir außerdem das Rezept für den Ziegenmöhreneintopf, mit dem du so magst. Ich hoffe, der Geschmack deines Zuhauses hält die eisige Bergluft fern. Dein Vater und ich küssen und umarmen dich. Deine Mutter. Ziegen auf die Mauern geschnitzt. Ach, der! Ah, stimmt. Ja, was sind die denn jetzt so groß? Also, Herz, also, Konari sind doch auch so groß, oder? Ich meine, klar, Harding ist Zwerg, aber... Eine säuberlich geschriebene Nachricht. Professor Bram Kenrick. Die von euch gewünschten Dinge wurden von der Universität an euren derzeitigen Aufenthaltsort geschickt, darunter auch weitere Tinte, die Bücher über am Meridan sowie drei Schnallen aus dem göttlichen Zeitalter zu Vergleichszwecken. Und ja, nach meiner Aussage, eure Sammlung sei nutzlos, das ist durchaus angebracht, wenn ihr mich bei eurer Rückkehr mit einem Ich hatte es euch doch gesagt, begrüßt. Das alles sollte in Kürze bei euch eintreffen. Natürlich sind die Straßen nicht mehr das, was sie einst waren. Euren Fisch habe ich ebenfalls gefüttert, aber ich werde nicht für euch mit ihm reden. Professor Cheval Laurent, Universität von Orlais. Nein, es bezieht sich auf Orlais. Okay, er hat einen Fisch, mit dem er redet. Gut. Einen Fisch, mit dem er redet. Ein Ohr juckt. So. Eigentum von Colette. Zahlreich seitenvoller säuberlich verfasster akribischer Notizen füllen ein abgegriffenes Tagebuch. Inmitten dieser Notizen findet sich eine Liste. Expedition in die Frostgipfelsenke. Vorbereitung. Die Suche nach Ameridan nochmal lesen. Erledigt. Notizen über geeignete Ausgrabungstechniken durchgehen. Erledigt. Die Kategorisierung kleiner Artefakte üben. Erledigt. Das Buch über die Frostgipfelsenke lesen. Erledigt. Mehrmals im freien Schlafen. Erledigt. Notiz. Kissen mitnehmen. Anatomie verschiedener schrecklicher Bestien nochmal lesen. Erledigt. Fechten lernen. Ich finde niemanden, der es mir beibringen will. Meine Brüder bitten, mir Fechten bzw. Selbstverteidigung beizubringen. Eine dumme Idee. Ein Buch über Überlebenstechniken und Selbstverteidigung lesen. Erledigt. Handtücher mitnehmen. Eingepackt. Anschließend folgen einige Kringel sowie die winzige Zeichnung einer Elfin, die einen Papierstapel gegen verschiedene schreckliche Bestien verteidigt. Die Überschrift lautet Feldstudien. Gute Gesprächspartner, die widersprechen nie. Ja. Und sie sind supergute Zuhörer. Sehr gute Zuhörer. Okay. Okay. Geht man nach der Wiki? Ist die Synchronen sprichend nur Serhat Kotsch? Es würde mich auch wundern, du nimmst doch nicht dein... Also, das machst du doch nur am absoluten Notfall. Ja, müsste schon irgendwas passiert sein. Na, und Fenerles. Fragen der Glaubwürdigkeit. Die gegen sie vorrückten, wurden durch das Licht aufgehalten, das aus ihren vollkommen ruhigen Händen drang. War dieser Augenblick, in dem sie auf eine Weise, die hier besser nicht näher dargelegt wird, bei sich selbst Rat suchte und die Gruppe von dort fortführte. Haben Meridans Augen unter allen Anwesenden die ihren gesucht, als er ihnen verriet, welche Ereignisse sie dorthin geführt hatten? Wenn sie unter uns war, so kannte ich sie nicht. Doch bewegte sich seine Hand ganz leicht an seiner Seite. So, wie es meine tut, wenn meine Frau neben mir steht und ich den wortlosen Trost suche, dem die Berührung ihrer Finger spendet. Wir alle hatten das Geflüster gehört. Hat er während der Verkündung ihren Namen gesagt? Hätte er es gewagt? Es waren andere Zeiten, doch haben sie sich derart gewandelt? Ein Auszug aus den Schriften von Lord Biscount, erstmals zu Papier gebracht im Jahre 1,48 des göttlichen Zeitalters. Ein Brief folgt. Henrik Dies ist eine genaue Abschrift. Die vorangehenden Seiten gingen vor Ewigkeiten verloren oder wurden entfernt und obwohl Ameridan selbst später noch mehrfach thematisiert wird, erwähnt Biscount diese Frau nicht erneut. Auch wenn Biscounts Schriften, soweit sie Inquisitor Ameridan oder Ameridan, bin mir gerade unsicher, betreffen nicht gänzlich unbekannt sind, werden werden ihr sie kaum in den Archiven der Kirche finden. Werdet ihr sie kaum in den Archiven der Kirche finden. Ihre Glaubwürdigkeit ist mehr als umstritten und nicht wenige hinterfragen, ob dieses Licht und der sogenannte Rat auf Magie oder göttliche Erkenntnisse hindeuten soll. Außerdem hat Biscounts seine Eindrücke natürlich erst viele Jahre nach diesem Geschehen ist niedergeschrieben. Seine Gattin selbst hat seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt, indem sie eingestand, dass die Erinnerungen ihres Gemals an seine Jugend in der orlesianischen Hauptstadt von Nostalgie und dem Alter geschuldeten Gedächtnistrübungen geprägt waren. Ich glaube, dieses Eingeständnis wiederum dürfte sehr wohl in den Archiven der Kirche zu finden sein. Viel Glück. GLC kam viel später, vielleicht liegt es am anderen, besseren Mikro. Das kann sein. Das kann natürlich sehr gut sein. Inquisitor Emeridan Was über Inquisitor Emeridan bekannt ist, würde kaum eine Seite füllen. Er war ein Freund von Kaiser Drakon. Er war Inquisitor, als sich die Suche der Wahrheit im Rahmen des Abkommens von Nevara in die Kirche eingliederten und ihr Orden somit zum Vorläufer der Templer sowie des Zirkels der Magi wurde. Kurz nachdem das Abkommen unterzeichnet wurde zwischen den Jahren 1.22 und 1.24 des göttlichen Zeitalters legte Emeridan seinen Posten nieder und ging fort, anschließend wurde er nie wieder gesehen. Dies sind die einzigen unbestrittenen Tatsachen, alles andere ist lediglich unbestätigtes Hörensagen, wilde Spekulation oder anzüglicher Tratsch. Emeridan hat seine Macht nicht freiwillig abgegeben, Drakon zwang die Suche der Wahrheit unter Androhung der Todesstrafe dazu, sich aufzulösen und setzte den Inquisitor anschließend ab, um keine Rebellion in den Reihen der neuen Kirche zu riskieren. Emeridan war aufgrund der Forderung der noch jungen Kirche nach einem enthaltsamen Leben gezwungen zurückzutreten, da er eine Beziehung mit einer geheimnisvollen Magierin führte, die von der Kirche aus den Geschichtsbüchern entfernt wurde. Emeridan war ein ungehobelter Adliger, dem Ausschweifende Vergnügungen wichtiger waren als die Suche. Er hatte seinen Posten nur erhalten, weil Drakon einen treuen Freund als Anführer des Ordens wollte. Als die Suche dann Teil der Kirche wurden, konnte Emeridan zurücktreten und sich einem Leben der Drachenjagd und Hurerei widmen. Jede dieser Geschichten könnte wahr sein und ohne weitere Beweise können wir kaum darauf hoffen, jemals Gewissheit zu erlangen. Dessen ungeachtet möchte ich einige Dinge anmerken, die häufig übersehen werden, wenn die Scholarin so sehr in ihre eigenen geschichtlichen Spezialgebiete vertieft sind, dass sie die Zusammenhänge aus den Augen verlieren. Erstens. Kaiser Drakon wird zu Recht als der Mann gerühmt, der die Kirche zu jener Organisation gemacht hat, die wir heute kennen. Er war ein frommer Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Gesang des Lichts zu verbreiten und eine Welt zu erschaffen, in der sowohl die Magie als auch die sterblichen, andrastischen Richtlinien unterworfen sind. Sämtliche Quellen sind sich darüber einig, dass Emeridan ein enger Freund Drakons war und obwohl es natürlich möglich ist, dass Emeridan eher pragmatisch als fromm dachte, so ist es doch höchst unwahrscheinlich, dass Drakon mit jemandem befreundet gewesen wäre, der aktiv gegen die Kirche arbeitete. Und noch weniger hätte er zugelassen, dass ein solcher Mann im aufblühenden Reich von Orlais eine Machtposition innehatte. Zweitens. Inquisitor Emeridan wurde allgemein und ungeachtet seines möglichen Glaubens oder seines Mangels daran, als mächtiger Kämpfer gefeiert. Gerüchte, die andeuten, Emeridan könnte verbannt worden sein, wollen uns glauben machen, Kaiser Drakon habe keinen Verwendungszweck für einen gewaltigen Krieger gesehen, der außerdem über jahrelange Erfahrung als Kommandant verfügte. Wenn man dann noch bedenkt, dass die zweite Verderbnis zur Zeit von Emeridens Verschwinden mehr als 15 Jahre lang eine Tatsache im Leben der Orlesianer war und immer mehr dunkle Brut aus Annerfels ins nördliche Orlais strömte, ist es schlichtweg absurd anzudeuten, Drakon hätte leichtfertig auf eine derartige militärische Größe verzichtet. Ohne weitere Beweise werden wir womöglich niemals mehr über Emeridens Verschwinden erfahren. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir den derzeit so beliebten Hohn unterlassen können, der wie soeben zweifelsfrei belegt jeglicher Grundlage entbehrt und uns stattdessen bewusst machen, dass Emeridens Verschwinden eine andere Ursache gehabt haben muss. Aus die Suche nach Emeridan von Professor Bram Kenrick, veröffentlicht von der Universität von Starkhaven. Poli. Äh, Platonow. Vielen Dank für den Follower. Brom war es nicht, der Kaiser, der Krieg gegen Ferelden führte. Na und? Die Kirche und Krieg ist jetzt nichts, was man grundsätzlich trennen kann. Es ist jetzt nicht so, dass Kirche und Krieg nicht gut zusammenpasst. Ah. Genug trinken nicht vergessen, ja. Lady Hard, ich meine Späherin Harding hat hier eine beeindruckende Truppe. Ihre Leute haben zahlreiche Artefakte geborgen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr aufspüren wollt, ist Späherin Harding genau die richtige Frau für euch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Nach 800 Jahren können wir nichts weiter tun, als nach Spuren zu suchen. Stoffe und Leder werden schon seit langem verrottet sein, sofern sie nicht verzaubert waren. Lediglich Metall und Stein ist noch identifizierbar. Und was die Sache noch komplizierter macht, sind jüngere Stücke der Avar und natürlich antike Stücke, die dem Reich von Tevinter zuzuordnen sind. Glücklicherweise habe ich einige für die Epoche spezifische Schnallen gefunden, die eindeutig auf unseren letzten Inquisitor hinweisen. Ihr sagtet, einige der Stücke seien dem Reich von Tevinter zuzuordnen? Hast du nicht Joker? So ist es. Obwohl man derart weit im Süden nur selten auf tevinterische Ruinen stößt, hatte das Reich hier einst eine Art Außenposten. Er wurde möglicherweise als Ritualstätte errichtet. Ich wüsste nämlich nicht, welchen militärischen Nutzen er gehabt haben könnte. Jedenfalls hat das unsere Nachforschung ein wenig erschwert, aber das habe ich einkalkuliert. Bis zu den Schnallen konnte ich euch noch folgen. Ihr denkt vielleicht, eine Schnalle sei eine Schnalle. Doch seit sich die Leute Waffen umgürten, haben sie stets etwas hinzugefügt. Eines der Stücke hier ist mit einer Drachengravur versehen. In Verbindung mit den Legierungen der verwendeten Metalle weist das eindeutig auf Tevinter hin. Ganz anders dieses hier. Hier wird ein Verschluss verwendet, der erst zu Beginn des Reichs von Orlais erfunden wurde. Ihr seht also, die historische Forschung ist ein Feld, das den Gürtel der Erkenntnis niemals zu eng schnallt. Lustig. Wat ein Wortwitz. Alles leutet darauf hin, dass der Inquisitor ein krasser Dude war und da muss was krasses passiert sein. In eine Schlucht gestürzt oder gestolpert oder so. Ähm. Ich habe doch eine Pause gemacht vor 42 Minuten, Domi. Alles gut. Krass. Eih, Osta. Was habt ihr herausgefunden, Professor? Bislang weist alles auf das Flussufer nicht weit im Süden hin. In der Nähe des Ufers hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Sie waren in großer Eile. Die Speer haben von einer Insel in der Nähe einer Fischersiedlung der Avar berichtet. Aber die Avar selbst wollen kaum etwas darüber preisgeben. Wie kommt ihr darauf, dass der letzte Inquisitor in einen Kampf verwickelt war? Wir haben hier eine Spange, die häufig für Rüstungsverbindungen verwendet wurde. Sie wurde eindeutig durchtrennt. Dazu ist nur ein harter, schneidender Treffer in der Lage. Wie von einer großen Klaue oder einer Axt. Dann hätten wir dann noch diesen Dolch. Er ist aus Syberit, besitzt einen stilisierten Drachenknauf und trägt die Inschrift Cordillus. Dieser Dolch muss ein Geschenk von Cordillus Drakon gewesen sein. Dem ersten Kaiser von Orlais. Niemand würde etwas derartiges einfach verlieren. Ja, er kann ja aber trotzdem auch ermordet worden sein oder so. Es muss ja keine Schlacht gewesen sein. Was könnt ihr mir über diese Fischersiedlung der Avar erzählen? Nicht viel. Die Avar dort sind freundlich. Ganz anders als diese Barbaren von Harkons Feng. Den Spähern zufolge waren sie aber nicht bereit, viel über die Gegend preiszugeben. Vermutlich aufgrund irgendeines örtlichen Aberglaubens. Okay. Ich werde nach einem Weg auf diese Insel suchen und nachsehen, ob dort irgendetwas Nützliches zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich fahre derweil mit der Untersuchung der Fundstücke fort. Mit ein wenig Glück finden wir beide ein paar Antworten. Ohne Klinge gestolpert. Colette, eine meiner Forschungsgehilfenen, hat Untersuchungen über ein altes Bauwerk im Norden angestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang steht, aber es könnte nicht schaden, mal bei ihr nachzufragen. Okay. Alles klar. Das heißt, Colette ist irgendwo im Norden, oder was? Da ist Colette. Da ist ein Riss. Den machen wir direkt mal weg. So nah am Lager ein Riss geht ja mal gar nicht. Cool, was bist du denn? Luna? Okay. Interessant. Gut, dann schauen wir uns hier mal rum. Was bist du denn? Hallo, na? Arborsägen. Okay. Das war Polly. Meinster Wolkenkappen. Schön. Mensch, hier ist aber schön. Oder erst mal hier hinten in die Ecke. Wenn die so abseits liegt. Ah. Schön hier. Das erklärt's. Gut, hier kommt man einfach nur weg. Carl, das tötet Menschen. Oh. Oh, das hab ich nicht gewusst. Oh. Ich bin dumm. Oh. 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 Ich hab'n Fluchtplan gesucht. Mir glaub. Wie üblich. Hallo? Entja. Der war ja instant weg. Holy. Holy. Hey. Chor. Paradum. Ah! Au, verdammt. Oh, was passiert? Der hat hier hinten ein Akro, ne? Schlecht. Ich sollte mich mal aufheben. Wo liegt der denn hier? Au. Sag ich mal kurz. Warte. Da. Was, Varric, geht's doch gut. Was willst du denn jetzt von mir? Hab ich ja schon lange wieder aufgehoben. Alter, did, did, also, ey. Ich weiß nicht, wer hier so viel Schaden fährt. Ich glaube, das ist Cole, oder? Das ist ja abartig. Der Fenster, die zum Teil, sobald die bei der Hälfte des Lebens sind, sind die irgendwie instant weg. So schnell kannst du gar nicht gucken. Nett. Schleier-Quartz. Nett. Oh nein, was war denn das jetzt für ein Moment? Uuuuh. In dieser Axt durchschneiden die Luft mit einer beinahe begierigen Geschmeidigkeit. Geschmeidigkeit. Mhm. Ich glaube, in der Skill ab X1 hittet er die. Ja, das ist es, glaube ich, auch. Das ist ja... Holy cow. Das ist schon ganz schön heftig. Da guckst du nicht schlecht. Wenn der Kampf gerade anfängt, du fängst an, draufzuhauen und plötzlich ist er weg. Lass ich sie einfach weg. Zack. Tot. Das sieht sausmäßig aus, ja. Ja. Hier geht immer. Um, um. Was ist denn das da? Was ist denn das? Okay. Ritsch. Und Das Geile ist, dass ich jetzt nicht nur unsichtbar werde, wenn ich aufhöre, Schaden zu machen, sondern ab und an triggert halt die Rüstung, was ziemlich nett ist tatsächlich. Nichts berührter Pfirscher. Oh. Ein und auf sein Bein. Ja, jetzt ist es Matsch. Nichts berührter Pfirscher schuppen. Rüht eine hergestellte Waffe, Rüstung folgendes zu, zehnprozentige Chance bei einem Treffer Schleierschlag zu wirken. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Oh, haben die Lelab gehabt? Mhm. Die Gruppe hatte Lelab. Nett. Nett, nett, nett. Cassie, wo waren wir denn bei dir? Sag mal. Merk mir immer nicht, was ich eigentlich bei dir noch so skillen will. Aber du benutzt doch die Fähigkeit. Ja, was macht denn die? Da, 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 da. Block erhöht, fein den Boden gerufen werden. Äh, okay. Und was haben wir hier noch? Abgeschlossen, das kostet die nächste Fähigkeit keine Ausdauer. Der ist natürlich schön schneller und besser kontrollierbar. Hm. Aber dann noch so. Das bringt null. Kampfgeist deiner Feinde. Was? Du weißt, wie du den Kampfgeist brichst. Kritische Treffer schwächen deine Gegner. Mal hier noch. Zweihand, das ist irrelevant. Aktive Fähigkeiten. Was ist denn die Fünf? Was hat sie denn auf der Fünf liegen? Ah, den darf ich, den mache ich nicht weg. Das ist halt jetzt ein bisschen das Problem. Ja, jetzt sind wir so an dem Punkt, wo ich nicht mehr so recht weiß. Geh jetzt einfach mal hier rein. Das ist noch passiven Effekt, den wir mitnehmen können. Achso, Moment, die anderen noch. Coal, 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 Coal. Hier. Verstohlen. Hast du hier Verstohlenheit gerade? Hast beendet. Umgehen deine Angriffe ein Teil der Rüstung deines Ziels. Ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Zack. Zwar einfach. Und bei Varric bin ich ja auch hier in dem Baum unterwegs. Ähm... In der Regie sieht man das aus, als sie selbst verletzen. Big Seen. Rückzugraube. Wegst du mich? Ah, 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 ah. Nee, der hier. Wobei, bei ihm kann ich den anderen nehmen. Das ist, äh... Bei Varric geht das tatsächlich, weil Varric im Normalfall sowieso weg von den Gegnern ist. Wo sieht Armbrust? Armschutz. Mit der ersten Kraft, wie sie sieht, dass, wo die nur blöd rumsteht? Äh... Schildball? Naja... Die schützt damit aber auch Verbündete, ne? Also es ist nicht so, dass der schlecht wäre. Der ergibt halt zusätzlich Rüstung für die Gruppe. Saku! Saku, vielen, vielen Dank für den Reset. Dankeschön für 57 Monate im Kokon. Ich glaube, du kriegst Kettenfett und einen Lappen? Oder gibt's das erst am 58. Ich muss nachgucken. Ich weiß es nicht, ich bin ehrlich. Äh... Ah, nein, ich lag richtig. Kettenfett und einen Lappen. Saku, danke schön. Ich hoffe, es geht euch gut. Hm. Selbe nichts wie das, was wir im Kokon bekommen. Das Kokon-Nichts ist ganz besonderes Nichts. Das hat sonst niemand. Niemand hat Zugriff auf das ganz besondere Kokon-Nichts. Absolut niemand. Wo muss hier eine Rune sein? Wow. Spalter der Himmelsbeobachter. Alter, plus 27% Heilung bei Tod? Alter! Ja, gut schon, Hallöchen. Hallo? Der weg. Oh, weg. Hallo? Warte mal, die Kompositarmbrust für eine Aufwertung, kann ich das etwa entgegenstellen? Das nehmen wir mal wieder raus. Da müssen wir mal gucken, ob das sinnvoll ist. Also, beziehungsweise, ob das Barbaric auf die Armbrust geht und was dafür dann runter geht. Na, mal nachschauen. Das weiß ich gerade nicht. Nein, Seelemaß. Nein, nein, nein. Das meint, wenn man einen Gegner tötet. Nicht 27% HP, sondern Chance. Ah. Oh, okay. Ja gut, es hat die Frage, wie viel dann geheilt wird. Das ist dann aber schon irgendwie noch entscheidend, finde ich. Wieso sieht das gerade so aus, als würde ich die beiden tragen? Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich denke, ich kann es jetzt. Lasst es mich noch mal versuchen. Na schön, Kleiner. Dann lasst mal hören. Klopf, klopf. Wer ist da? Cole. Cole, wer? Na, ich. Cole. Das ist mein Name. Nein. Nein, ihr kriegt es noch immer nicht hin. Tut mir leid, Kleiner. Okay, wo ist denn... Hier muss irgendwo eine Rune sein. Wo ist die Rune? Okay. Wer ist da? u. aufhören. Gut. romance. Schboll. Hallo? 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 Bruder? Hallo? 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 Das selber riet. Irgendwo hier oben? Ahi Fjana, da ist schön Acht noch. Ja. Na ja, mal. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Und was ist das? Schleierquarz. Rüstungswert Schaden. Schaden ist alles Stabsfeuer. Attribut 2 Konstitution. Treibung für Rüstungsdurchdringung. Verteidigung Gesundheit. Aber auch hier ist nicht... Das ist keine Rune. Hallo? Rune? Hallo? Rune? Hallo? Hallo? Hm. Natürlich jetzt bisschen... Was ist hier denn? Oh, oh, oh. Ja, das war klar. Ich stelle hier natürlich jetzt die Frage, ob die Rune hier in der Nähe ist oder ob die weiter weg ist irgendwie. Hä? Manchmal sind die Rune ja auch sonstwo. Aber das ist natürlich jetzt... Die könnte halt jetzt in jede Richtung sein. Wenn ich mit irgendwas kämpfe, ist es halt weg. Ich muss mir unbedingt merken, dass hier ein Feuer ist. Ah, die kann ja auch auf dem Boden sein, ne? Ah. Was ist das? Kann ja überall sein. Nicht nur an Wänden, sondern auch auf dem Boden. Schon ein Bling, wenn du in der Nähe bist. Oh. Ein Bling? Wir waren hier recht erfolgreich. Das ist schön. Das wäre nie aufgefallen bei den anderen Runen. Nicht, dass ich das jetzt aktiv sagen könnte, dass mir das aufgefallen wäre. Ich höre gerade extra ganz genau hin. Deswegen etwas ruhiger. Rohstoffe. Wie denn? Witz ja nicht. Witz ja hier irgendwo sein. Witz ja nicht. Das kann ja nicht ewig weit weg sein. Mhm. Wenn du in Grund musst du hier Blut sein. Witz ja auch in Grund haben. Witz ja nicht. Ich kann nur sagen, dass ich auch nichts gefunden habe, obwohl ich rumgelaufen bin. Du hast die Rune hier auch nicht gefunden? Du musst es ja aber eine geben. Also die Feuer sind ja wirklich nur da, wenn es Runen gibt. Das ist ein bisschen strange. Das ist ja wirklich gut. Das war bisher noch nie. Ich glaube viel, aber das glaube ich nicht. Guck mal, da oben ist doch was. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn da oben drauf? Da liegt was, siehst du da? Ach nee, da hockt was. Das ist nur ein... Ich, was da hockt. Okay. Irgendwo ist hier 100 pro eine Rune. Die Frage ist halt nur, wo. Aber nie wirklich gut versteckt. Deswegen dachte ich irgendein... Das wird es nicht sein. Naja, gut versteckt ist immer so eine Sache, ne? Also, was man als gut versteckt erachtet. Ja, das wäre ja auch nicht schlimmer, oder? Hauptsache, ich weiß, wer am Rüß ist, weißt du? Nee, kein Dunst. Weiß nicht. Weiß. Kameraführung bringt mich zur Verzweiflung. Bitte, ich muss ich einstellen, wie die Kamera so wie bei Raupi funktioniert. So hier. Drück mal G auf der Tastatur. Dann hast du ja eine Maus, ne? Dann hast du beim Rumlaufen eine Maus. Wenn du jetzt nochmal G drückst, ist die Maus weg und dann führst du die mit deiner... Also mit der Maus, indem du die Maus bewegst. Also dann ist der Zeiger weg, so rum. Der Cursor. Weiß nicht mehr, ob ich da was gefunden habe. Nee, ist ja ganz klar. G für Cursor. G für Cursor. Ja. Durchaus angenehmer, wenn der Zeiger wieder da ist. Finde ich zumindest. Echt? Nee, finde ich gar nicht. Hm. Ich mag, dass ich mich jederzeit so bewegen kann. Kriegst du jetzt die Krise? Ja, auch im Kampf. Ich schalte es tatsächlich nur ein, wenn ich irgendwo nicht rankomme. Oder in Gesprächsoptionen oder so. Also in Gesprächen. Aber ansonsten... ...sieht das echt nur noch aus. Die Flächenskills sind so schlecht liegen. Ähm, ja, taktischer Modus. Im Zweifel. Da dann einfach immer kurz den taktischen Modus anfällig. Bis zum nächsten Mal. Dass wir jetzt sind. Ja! Was ist das? Was ist die Dinge so einfach, dass man nicht drauf kommt? Ich wusste das auch nicht am Anfang, Ronnelly. Das wurde mir auch durch den Chat gesagt. Das, ne? Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Mozart? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? beruhigt. O war wie immer keine Hilfe. Wir dringen weiter vor. Ich habe Kopfschmerzen. Die anderen singen das Lied, das wir in diesem Dorf am See gelernt haben. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Ich habe das Gefühl, meine Augen explodieren gleich. A hat es natürlich bemerkt und den anderen gesagt, er müsse etwas lesen. Es ist nun still. Die Reise hierher hat länger gedauert als erwartet. Ich muss eine Bestandsaufnahme meiner Vorräte machen, aber erst muss ich schlafen. Es waren mehr, als wir erwartet hatten. Hätte ich auch nur einen Augenblick länger gebraucht, wäre O nun nicht mehr unter uns. Aber ich konnte den Magier überwältigen, bevor alles noch schlimmer wurde. T verlor anschließend kein Wort darüber, aber sie weiß, dass O gestorben wäre. Zu welchem Preis? Hat T mich mal gefragt. Ich sagte, es würde überhaupt keinen Preis fordern, aber ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich bin einst einem Mann begegnet, der schon länger gekämpft hatte als ich, aber sein Verstand war am Alte verblasst und er konnte mir keine Antworten geben. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass ich mehr tun kann. Es bleibt jedoch eine Tatsache, dass ich mehr tun kann. Dass ich effektiver sein kann. Wir alle haben die Dämonen gesehen, ebenso wie das, was sie getan haben. Wir haben gesehen, zu was einige mit Blut in der Lage waren. Die bessere Frage ist also, wer den Preis bezahlt, wenn niemand dieses Risiko eingeht. Abgesehen davon hat niemand gesagt, dass es für immer sein muss. Nur so lange, bis alles geklärt ist. Ändert sich ihre Anzahl, wenn ihr sie achtmal zählt? Hat mich O gefragt. Sie hat mich während der letzten Tage beobachtet, auch wenn sie etwas anderes behauptet. Diese verfluchten blauen Flaschen. Ich habe diese Reise nicht so gut geplant, wie ich es hätte tun sollen. Ich habe da gelegen und versucht, hinter den Blättern Sternbilder auszumachen. T hat mir etwas Wasser gebracht. Sie hat einfach nur gelächelt und hinter ihrem Lächeln verbarg sich keinerlei Vorwurf. Ich habe mich dadurch ein wenig besser gefühlt. Wie immer hat A unser Essen zubereitet und dabei über meine eigene Unfähigkeit gespottet, etwas Essbares zu kochen. Wo versucht, Witze zu erzählen. Am Erbauer, sie sind so unglaublich schlicht. Warum bringen sie mich dennoch immer wieder zum Lachen? Viele Tage liegen hinter mir und ich fürchte, deutlich weniger erwarten mich noch. Welchen Preis auch immer ich bezahlt haben mag, da war es wert. Spielt keine Rolle. Heute Nacht. In Sicherheit und an einem Feuer, während die drei wieder dieses dämliche Lied singen. Bin ich glücklich. Hm. Bis die Tage hörst du bei bei ihm. Diese Zeichen versehen, wenn weiß ja nie, wenn man es mal brauchen kann. Okay, wollen. Hi, im Wolf. Schönen guten Abend. Äh, danke. Danke für den Foto. Oh. Okay. Ich verstehe nicht ganz, was hier passiert ist, ehrlich gesagt. Derjenige am Lyrium gelascht? Also zu viel Lyrium gelascht? Oder? Oder? Oder was? Oder wie? Oder? Wo? Derjenige am Lä波. �던 Furuss, sorta her. Ich verstehe nicht. Was? 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 Der Krieger muss sterben. Der Krieger kommt zum Teil so massiv Schaden rein. Ach, ist das Schwitten hier. So, die Spinne weg. Zack. Spinne weg. Die, 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 die. Die, die, die. Die, die. Und noch mehr. Oh. Verdammt. Wir haben die Sumpfviecher angegriffen. Das war nicht der Plan. Die. 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 Da war er weg. Gut. Also ich glaube, wenn Beric auch noch Blob drauf hätte, wäre das richtig, richtig übel. Hauptspiel, Saratakosch, DLC, Marike Öffinger. Ach, haben sie wirklich andere Sprecher genommen? Das ist ja... Okay. Das muss ich mir, glaube ich, mal irgendwie anhören. Also direkt den Unterschied, weißt du? Hm. 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 Mach, mach mirеждener mich! Scheiße, mach mir! Ah! Hein? Ja... Neugierden Joker wieder. So, hallo. Looten bitte, danke. Äh, finde ich gut, ne? Okay. Interessiere mich einfach meine Mitmenschen. Ja, komm Joker. Ja, ja. Schon klar. Ja, ja. Hm. Huh. Guck, wieder eine Sonderlieferung. Jetzt kriegt man tatsächlich heutige Sonderlieferungen. Das ist schön. Geht das mal auf V oder kommt das automatisch? Ich hab das nicht auf V, ich hab das auf der Seitentaste der Maus. Fork. Wenn du das hier meinst. Ich hab das auf die... auf eine meiner Seitentasten von der Maus gelegt. Bedeutend angenehmer. Da stört das nicht so, wenn man das... Also, dass man das so oft drücken muss, quasi. Soldaten der Inquisition. Wir sollten ihnen helfen. Na dann. Machen wir das so. Wir sind runterfett. Übel. Ich überlege, wie lange wir vorher an den Liefen gehangen haben, ja. Na gut, jetzt macht neben mir gerade keiner was, weil der... schläft gerade. Traut sich wieder keiner anzugreifen. Ah, es ist trotzdem... Es ist einfach nur krass. Der Schaden, den wir erfahren. Aber du drückst es. Ja, ja, ich... Ja, ja, ich drücke das selber. Es ist... Es kommt nicht automatisch her. Ja, also die DLC-Ausrüstung merkt man wirklich enorm. Definitiv. Hallo. Sollten ein Pharaoh, Sir. Wir haben diese Harkoniten-Bastarde zurückgeschlagen. Meine Männer und ich werden diesen Ort halten. Die Harkoniten am Fluss stellen jedoch weiterhin eine Gefahr dar. Nach der letzten Schlacht brauchen wir Zeit, um alles zu befestigen und uns zu formieren. Äh... Alt. Linus grüßen. Glaubt auch gut. Ja gut, ja, stimmt. Alt würde auch gehen mit dem Daumen. Steht noch eine Kiste am Lager? Wir gucken gleich nochmal. Wie ist die Lage am Fluss? Die Harkoniten und wilden Tiere dort machen es nicht gerade leicht, diesen Ort zu halten. Der Fluss ist für die Inquisition die beste Möglichkeit, Nachschub aus der Himmelsfeste zu schicken. Nur müssten wir ihn dafür sicher bereisen können. Die Harkoniten haben entlang des Ufers Lager errichtet und greifen jeden an, der in Sichtweite kommt. Hey, danke für die Füllung. Sir. Ja. Er hat fast... Okay. Drüben haben wir einen Riss. Den machen wir doch mal zu. Oh. Hm. 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 Ach, tut weh, was? Huh? Ja! Ich zucke den kleinen Finger schon, ist der Arm weg. Ja? Na, wenn, dann wird richtig gelootet. Das sind in dem Fall Informationen, die gelootet werden, aber es wird gelootet. Ich habe schon von Raupen gelernt. Wir können auch als Ersatzteillager nutzen. Naja? Ja, das ist schon eine, sagen wir mal, nützliche Information für den Fall der Fälle. Diese Hütten hier immer, und sie machen halt einmal nichts. Ist nichts. Nada, niente. Ja, auch nicht. Keine Ahnung, wie meine Blutgruppe lautet. Eine Organspenderauswahl, die habe ich sehr gut gemacht. Die dürfen ihr jetzt schon benutzen. Ich erkenne eure Blutgruppe nicht. Oh, nein. Why? Why Zoom? Warum? Okay. Hmm. That's over. Ah. Aber zur Blutspendung schon weiß man das. Ja. Uh. Tier explodiert, verursacht 100% Waffenschaden. Nichts berührtes Vulkangold. Zusätzliche Fokus für jeden Gegner im Umkreis von 8 Metern. Okay. Ähm. Wäre da nützlich bei Unfall Blutverlust? Wäre das hilfreich? Ja. Ganz genau. Hm. Also es ist schon definitiv nützlich, die zu wissen. So. Im Fehler ist einfach mal spontan. Bei mir wird's zum Beispiel nicht so einfach, wenn ich mal einen Unfall hab. Stimmt, Tiger! Tatsächlich. Ich. Na klar. Ow. Neu! Wie kommen wir jetzt coordinated rum wir wissen welche? Habe ich negativ? Ne 0. Mach da gern. nur negativ war zumindest damals als ich erfahren habe ich weiß nicht ob das immer noch so ist richtig die seltenste flasche wodka dran gut ist war da diese blutgrube das ist total nicht praktisch ist das nicht das stimmt tatsächlich ich bin universalspender ich darf aber kein blut spenden sozialzoll es ist so bescheuert richtig richtig bitter das nutwerk auch null negativ siehst du warum darfst du nicht spenden wegen der schilddrüsenerkrankung was total bescheuert ist das total dumm meine meine schilddrüsenärzte also die spezialistin damals in gesellschaft ist total bescheuert das dass ich deswegen nicht spenden darf weil das nicht schädlich ist also es ist nicht so dass das irgendwie schlimm für den spender körper quasi wäre aber ich darf halt nicht habe eine chronische krankheit also darf ich nicht mega bescheuert so ist das ich bin ja kaum in der lage sein brutgruppe zu nennen nee nee da müsste man wird immer schnell angetestet achso 10 sekunden verlassen wir uns nicht ok geht das echt so schnell die blutgruppe zu bestimmen schilddrüsenerkrankung nicht spenden wusste ich gar nicht ich glaube es kommt darauf an mori in meinem fall ist das ja eine chronische also in meinem fall ist es ja eine spezielle also es geht jetzt nicht einfach nur um eine über- oder unterfunktion geht recht schnell ok nur negativ da haben wir das vorher von rauper beantwortet was ich fragen wollte drei drauf im blut die teststreifen fahrsekunden später sieht man was vor einem liegt oh krass wusste ich gar nicht dass es so schnell geht legt ihr eigentlich jemals eure rüstung ab um mit ihr zu aber stimmt es ging damals auch schnell beim beim blutspendenzentrum die haben sich ja erst gefreut nein sie könnte doch etwas nettes sagen die haben sich ja erst gefreut als äh als bei mir nur negativ rauskam naja mori das macht bestimmt auch also ja weiß ich nicht ob der hausarzt das macht habe ich nie gefragt auch noch ein zettel in meiner brieftasche ja na joker das ist ja was anderes das ist das ein bisschen was anderes also eine andere eine ganz andere situation in der datenbank registriert nö isp seit wann muss man sich denn in der datenbank registrieren das wäre mir neu kostet das nicht was die blutgrube bestimmen zu lassen das weiß ich nicht locker also definitiv nicht wenn du blut spenden willst ich habe es damals erfahren wo ich blut spenden wollte gesagt der test dauert wenige Sekunden eben. Also ich glaube, genau, darum geht's einfach. Da geht's wirklich darum, kein Risiko einzugehen. Du könntest ja, wer weiß, warum du dort einen Zettel mit der Blutgruppe traust. Also es ist halt, ja, ich glaube, wegen, also die Sekunde, da wird lieber getestet, weil ansonsten kann es halt sein, du stirbst. Das ist halt fatal. Wenn der Organspendeausweis zum Einsatz kommt, heißt das ja, du bist tot. Ja? Da geht's dann nicht mehr darum, dein Leben zu retten. Das ist dann einfach eine andere Situation. Apotheke ein Set zum Bestimmen der Blutgruppe für ca. 25 Euro kaufen. Ach, guck da. Ich kenne ihre Blutgruppe nicht irgendwie zu bestimmen. Ich kenne keine Arzt aus, aber wir berechnen einfacher Schnelltest aus der Apotheke. Hm. Bildlich ausgewählt ist, welche Wünsche informiert, welche sie mit einer Unterschrift versehen wird. Genau. Ganz genau so. Das dachte ich so auch. Wenn man sich jetzt Organspende und Ausweisersteller, Jugo, was verwechselt? Nee. Organspende, Ausweis, ISP kriegst du gefühlt überall. Also, wobei, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich hab mein, glaube ich, damals... Ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich ihn von der Apotheke oder von der Tankstelle? Weiß ich jetzt nicht. Hm. Ja. Ach, Dusch. Mm. 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 ... 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 Hey, hat sie den schon wieder? Na gar nicht. Was ist denn das da jetzt? Guckt denn der Pyrrscher jetzt her? Die war da gerade eben nicht da. Guck. Interessant. Hm. So. Ich hoffe, wie die Spells aussehen. Ja. Es ist, also, ne? Ich sag halt immer wieder, für 2013, ne? Dafür, dass es halt auch schon sieben Jahre alt ist. Sieht schon gut aus. Der Pyrrscher hat sich angepyrscht. Aber richtig. Der Pyrrscher hat sich angepyrscht. Das ist nicht so, dass ich nicht so viele Male ankommen. Ey, was fällt mit dem hier ein? Was ist mit dem? Heiße Laufensstangen und Käsehäbchen. Boah. Pssst. 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 Ah, mein Sumpfdingens. Ich will die ja eigentlich gar nicht töten, ne? Aber wenn die sich halt immer bei den Spinnen irgendwie mit in den Kampf einmischen, kann ich es halt auch nicht ändern. Tja, da ist das letzte Lager. Dann wird das noch weg. Das war jetzt ein bisschen blöd. Wo ist er? Wir haben hier getan, was wir konnten. Die Anwesenheit der Inquisition sollte dazu beitragen, die Gegend sicher zu machen. Zumindest sicherer als zuvor. Meinst du? Das ist aber auch eher so eine Vermutung, ne? Was ist denn das da? Ah, das ist dann, wenn wir alle Astralien fertig haben, ne? Dann können wir hier rein, alles klar. Äh. Und wir können hier ein Lager hinsetzen. Was gut ist. Der Nacken übrig, den sie gekillt hat. Ey! Da ist nichts passiert. Niemals. Nicht nie. Ist auch schön mit dem Vögel, Vögel, Gezwitscher die ganze Zeit. So. Das Lager. Sehr gut. Bin ich, der Nackt sich nicht bestraft hat? Ey. Ich habe immer sehr gut versucht aufzupassen. Ja. Damit nichts passiert. Ich habe mich stets bemüht, sozusagen. Stehe. Praktische Aufzüge. Sehr gut. Ja. Versuch. Ne. Das war ein Unfall. Blöde Floskel auf dem Zeugnis. Der wurde längst verwertet, irgendwo. Oder so. Die er in der Natur zurückgegeben. Was steht denn so im Zeugnis des Inquisitors? Nachdem Fehl das gerettet wurde. War stets bemüht. Uh. Oh. Verzeihung. Buh. Buh. Juhu. Ähm. Äh, aber, also bisher hat das DLC hier nicht die gleiche, ähm, die gleiche, sagen wir mal, Geschwindigkeit und, äh, Dynamik wie, äh, wie das erste, also, ja, wie die tiefen Wege. Das ist schon ein Unterschied. Hey, Peter. Äh, ähm, wir sind im nächsten DLC angekommen, also wir sind mit den tiefen Wegen fertig, äh, und sind jetzt im nächsten DLC. Äh, Gepo. Okay. Aber auch gerne dazu zurück, nachdem ich durch meinen Magen ging, genau. Es geht sich einen Scheiß an. Ja, von 10 Sekunden werden 25% des erlittenen Schadens geheilt. Ah, kaum kommt das Thema, da kann ich auch schon längst raus, aber ich gebe vor dem Thema ab. Toll. Oh. Ja. Merkste direkt wieder. So eine automatische Reaktion meines Körpers, offensichtlich. Ja. Mach ich das sofort wieder. Sauerstoffmangel? Nö, Fenstersocken. Achso, nee, 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 das ist jetzt einfach Müdigkeit. Ich bin ja früh aufgestanden, das ist schon okay, dass mein Körper jetzt so langsam müde ist. Weißt du? Hm? Was ist das hier? Was ist das da? Dann kann ich... Was ist denn das? Nein, so geht das nicht. Wieso nicht? Wie geht es denn dann? Wie geht es denn dann? Ja, aber wie ist es denn dann richtig? Was ist denn das für eine Aussage? Wenn die doch wissen, wie es geht, wieso sagen sie es mir denn dann nicht? Was ist denn mit denen? Oh, dann, äh, alles Gute. Zum Geburtstag, Peter. Und siehst du, der Kobritz zwangsverflauscht dich direkt. Kobritz, vielen, vielen lieben Dank für das Zwangsverflauschen von Peter, der damit im dritten Monat im Kokon ist und, äh, Licht in die Gummizelle bekommt. Allerdings noch ein bisschen auf Lichtschalter warten muss, bis dahin das Leuchtmittel aus der Fassung dreht, damit es dunkel wird, Peter. Dankeschön, Courage. Vielen, vielen Dank. Du, da ist irgendwas, äh, weißt du, da ist so ein Ding, wo man mal ziehen kann. Keine Markierung, nix. Guck mal, ob da noch eine Quest für kommt. Ja, eigentlich. Oh, du hattest eine schöne Feier. Ja. Meins. Gucken oder unten? Oben? Leicht. Gute Nacht, Atlas. Gute oben sein. Gute aber auch unten sein. Man weiß, was ist da hinten? Überwuchert der Hof. Nein, so geht das nicht. Wie denn dann? Wie denn dann? Harkons Fänge durften diesen Ort nicht ohne Grund bewachen. Hinten, schönen guten Abend. Hinten. Wie denn dann hat derUM? Nee. Was? Ah! 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 Huh? Ha! Ah! Ja, ich bin hier. Das Kleingedruckte, wer kennt das nicht? Was annimmst du Hype? Bei welchem Satz? Wie geht's die Raupe? Mir geht's gut. Andi, was denn? Andi. Was, 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 was? Kriegsstreithammer, der er war. Hell, let loose. Ich kann nur fragen, ob das was für ihn wäre. Ich weiß nicht, ob er das gerade liest. Vielleicht liest das ja. Dann hell, let loose. Was? Was? Was, 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 was? Was ist denn hier übrig? Velandaris. Wir haben Velandaris gefunden. Die Pflanze. Die Pflanze. Das ist die Pflanze, die wir brauchen. Taktisch der 2-der-Weltkriegsshooter, glaube ich, war es. Ah. Weiß ich nicht, ob sowas für ihn ist. Habe ich ihn jetzt bisher noch nie spielen sehen. Fox, danke für den Follower. So langsam glaube ich, wir könnten auch zum Mond oder auf den Grund des Meeres reisen und würden selbst dort noch auf die Winterruinen stoßen. Voll das Stargate da oben in der Mitte. Bisschen Realismus, ja. Ich habe, ich habe, ich habe hier glaube ich echt noch nie einen Shooter spielen sehen. Auf der anderen Seite verriegelt, okay. Naja, das wird schon noch, irgendwann wird das schon noch interessant hören. Eindeutig der Ohrring eines Riesenmeinster. Wie sieht es aus wie ein Stargate? Ganz eindeutig ein Stargate. Meins. Ja, C.K.'s Griff, der Nebel zog rasch herauf, füllte die Welt in Schatten und machte die Steine unter seinen unteren Füßen gefährlich glitschig. Ich wusste, wir mussten Schutz suchen, bevor auch dieses letzte schwache Licht verschwunden wäre. Ragnars breitem gemaltene Rücken folgend stolperten wir weiter, bis wir schließlich erst in dem Moment einen alten Teewintertempel erreichten, als uns das letzte Tageslicht verließ. Ragnar wies uns an, unser Lager im Schutze des Eingangskorridors aufzuschlagen und warnte uns davor, tiefer in die Ruine vorzudringen. Seine Stimme war ein nervöses Flüstel und ich wusste sofort, dass er Angst hatte. Um die anderen Teilnehmer unserer Expedition nicht zu beunruhigen, nahm ich Ragnar beiseite und unterhielt mich mit ihm. Einige der Avar, so erzählte er mir, glaubten, der Tempel werde von alten, rachsüchtigen Geistern heimgesucht. Die Teewinteraner waren vor langer Zeit hierhergekommen, erbauten ihre gewaltigen Tempel und gaben sie dann allesamt eines Tages urplötzlich auf. Ragnar war davon überzeugt, sie hätten hier etwas Schreckliches getan, konnte mir jedoch nicht sagen, was es gewesen sein könnte. Doch was auch immer der Grund war, er fand den Tempel zutiefst beunruhigend und hatte uns nur aus Verzweiflung dorthin geführt. Ich schlief in dieser Nacht unruhig. Einmal öffnete ich meine Augen und sah ein pulsierendes, bernsteinfarbenes Licht aus einem zweiten Gangdrang. Es blinzelte und es war fort. Am nächsten Morgen hatte sich der Nebel gelichtet und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das Licht tatsächlich oder nur im Traum gesehen hatte. Das macht er auch nur an, wenn du nicht guckst, Traupe. Das ist keinem Fall der Overwatch-E-Sports-Profi. Na genau. Ja, ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Oh, guck mal. Wir können hier unten noch rum. Vielleicht der Gegner verursachte Schaden wird noch weiter verringert. Nee, ich kann hier nicht rum. Wieso nicht? Warum kann man denn nicht so rum hier hin? Muss von oben? Das ist ja doof. Das finde ich doof. Dünn, dünn. Dünn, dünn. Finde ich doof. Dünn, dünn. Und das hier? Explosionswitz. Oder höheren Schaden und weitere Gegner. Genügend von ihnen nahe der Einflugstelle werden alle Gegner mit Ausnahme des gelebten Hauptsäbzes von einer Kraftwelle zurückgeworfen. Witz lähmt. Weitere Gegner in der Nähe. Je mehr Gegner betroffen sind, desto kürzt ist allerdings die Wirkungsdauer. Hm, der ist gut. Dem wollte ich vorher schon screenen. Ja, super. Guten Abend, Tanning. Hallöchen. Äh, 3x Kalkabern abrufen, wenn Raubel eine Stunde Fortnite streamt. Why? Warum? Why? Why? Okay, aus irgendeinem Grund. Ach, hier. Ich gucke mal auf den Samen dafür. Lege ich nochmal 6x K drauf? Nee. Mag nicht. Hier sind nur nette Leute. Nee, Peter. Du siehst ja gerade im Chat eindeutig, dass hier nicht nur nette Leute sind. Ja? Die wollen mich zu einem Spiel zwingen, was ich nicht spielen will. Das ist mal strange, ja? Zieh dir das mal rein. Von wegen nett. Bösartig. Ungemein. Das sind sie. Andere sind nur Tarnung. Die tun nur so. Genau. Das können wir machen. Von Weihnachten mal auf den 13. Feld. Na? Gut. Dann können wir nochmal drüber reden. Von wem haben wir es genannt? Na? Na? Weiß ich nicht. Von mir definitiv nicht. Ich bin ja wohl die Freundlichkeit und, und, äh, Nettigkeit und, äh, überhaupt. Haha. Alter. Wieso? Wieso? Da! Brüllt der einen plötzlich von hinten an? Was ist denn... In Person, wollte ich sagen. Hey, der Tod. Ja, der Tod, der eilt mich, wenn es so weiter geht. Nimm mich schnell sogar. Herzinfarkt. Gott, hab ich mich... Ja, nicht nur du, Locke. Nicht nur du hast dich erschrocken. Schlimm, oder? Mit was ich hier leben muss, ja? Kann jemand Mitleid mit mir haben? Arm ist ich. Wie armer Sandu. Forknight. Okay. Ich bin. Jippie! Hm. 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 Sich der kleine Teufel meldet von der Schulter. Ah. Ah. Unseren gedanklichen Support. Geh in den Streik. Ja, wirklich. Mach ich gleich. Guck mal da. Meldet sich der Devil direkt. Und Corbridge, danke fürs Zwangsverflauschen vom Tod. Der Tod ist damit im neunten Monat im Kokon und darf dieser kleinen süßen Flauschraube gerne einen Namen geben. Und ab jetzt beim Kokonianuschi verletzt, der kann das dann ja bestellen. Dankeschön. Ah. NaFoO, na! Ah! Ahah! Aha! Ah! 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 krass, darfst du mal schön bleiben ich denke nicht, mein Freund ey 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 okay an dir nicht schlecht fühlen oder so totaler Schwachsinn weißt du ganz genau, was ich davon halte ey, damit fort gut geschoben, sehr gute Arbeit was? eigentlich gehörte es meiner Großmutter, aber es enthielt ein Bild von Anthony ich dachte, ich hätte es verloren das hattet ihr auch ich musste mit einer Ratte darum kämpfen äh, danke es war keine besonders große Ratte aber er hat mit einer Ratte darum gekämpft das würde er nicht für jeden tun so, die Frage ist jetzt wo ist die ist die oben? bestimmt, ne? wo denn? warte, bist du denn? du bist auch in so einem Fischer aber anders der sah da anders aus oh okay genau, das was Ingo sagt an mich ist alles in bester Orden und so ja das ist aber das was wir schon gemacht haben, ne? genau das was wir schon kennen da ist noch ein Riss so viel ob ihr verhungert am Ende na klar natürlich na bestimmt das denke ich nicht woher ist ich dann, du? genau das denn, 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 denn toll andi toll weißt du? du verleitest Corbridge dann immer zu genau solchen Dingen Corbridge danke fürs zwangsverflauschen fünf neue Frischflauschrauben dürfen wir sich dank dir äh in ihren geschwanzerten Gummizellen gemütlich machen führe sie durch die Gemeinschaftsräume und zeig ihnen bitte nicht die Gruppendusche das gibt nur wieder äh Tränen viele Tränen Dankeschön Sandos Schutz Habs sponsert bei Andi und wegen Sanduessen voll oh Gott gute Nacht Heiner schlaf gut Veterinamensanzeige ja ne sieht irgendwie anders aus im Twitch ich seh's auch gerade so offensichtlich irgendwas dran gemacht an der Anzeige sooo ach guck mal wir können äh wieder ne Tür öffnen nice nur noch am verändern das missfällt mir iiiiih Veränderung iiiiih iiiih halt stopp alles bleibt so wie es ist nur spaß haakons fänge im kampf gegen einen dämon ich wollte hilfe holen aber als ich zurückkam war der dämon schon fort so aber ich glaube mit pharaoh sprechen wir äh beim nächsten mal dragon age guck mal guck mal guck mal haben wir haben wir die 100 Stunden 103 Stunden 59 Minuten haben wir echte ausgerechnet ist chameleon joker der sich hier ständig umfärbt alle zwei streams gefühlt so ähm äh äh wie gehe ich euch den jetzt noch hin ich werde jetzt gleich erstmal noch was snacken ich habe ein bisschen Hunger und mir jetzt noch einen Mitternacht snack ich äh ich gehe euch zu Slav rüber der spielt it takes two ich weiß nicht wie lange er noch macht ist vielleicht so die Frage meine Lieben ich wünsche noch einen fantastischen Abend wieder am Sonntag nehme ich an oder morgen Abend das weiß ich noch nicht also ich muss jetzt mal gucken was ich morgen mache mal schauen ich glaube nicht dass ich Sano dazu kriege dass wir achso ich weiß auch nicht ob man Diablo schon streamen darf vielleicht darf man es gar nicht streamen keine Ahnung es ist mir egal ob das viele spielen seit wann interessiert mich das ich denke morgen eventuell Rustler vormittags also im ersten Stream und später dann ja mal schauen ne schon die Ablo Streamer gesehen dann wird es vermutlich in Ordnung sein meine Lieben ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend seid lieb nett und freundlich zum Slav so wie sich das gehört genauso nett wie ihr hier seid seid ihr auch da ne netter und ja wenn ihr mögt sehen wir uns dann morgen wieder in aller frische und danke für's einschalten wünsche eine gute Nacht bye 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 Vielen Dank.